Es ist großartig, wieder in Miami zu sein. Wir haben CD Nummer 2 herausgebracht und Dinge, die uns Hashem näher bringen. Wir haben gesagt, es tut mir leid, Hashem. Gib uns eine weitere Chance. Richte uns im Buch des Lebens mit den Tzadikim, Nevonim und Größten der Großen. Das war wichtig. Jetzt müssen wir handeln und die Chancen nutzen, die Hashem uns gibt. Es ist großartig, wieder in Miami zu sein. Wir haben die zweite CD und Geschenke herausgebracht, die uns Hashem näher bringen. Wir sagten aufrichtig, es tut uns leid, Hashem. Gib uns eine Chance, uns zu bessern. Beurteile uns gnädig im Buch des Lebens mit den Tzadikim, Nevonim und Größten. Jetzt müssen wir handeln, um unsere Worte umzusetzen und unser Versprechen zu erfüllen. Wir können nicht nur fordern und untätig bleiben. Wir dürfen nicht wie letztes Jahr sein. Wir müssen uns stetig weiterentwickeln. Also der Schür bref war Schlema für Michael Cotto, Yeshua, Michael Ben-Hadassah, Amparo Bolufey, Lourdes Garcia, Idil Magorero, Josefina Matos, Isabel Perez, Mirella Perez, Ruben Pablos, Jose Avila, Sarabat Lavana, Lavana Bat-Sara, David Ben-Esria, Dorit Bat-Yorah. Möge Hashem allen Refua Schlema, Hannefesh und Haguf geben. Wir haben eine Pirkei-Avot-Serie begonnen, trotz mehrmaliger Durchgänge der fünf Bücher Moses. Wir lernen und wachsen mit jedem Durchgang. Stetige Weiterentwicklung ist entscheidend, um unserem Ziel näher zu kommen und wahrhaft zu wachsen. Wir erkennen, dass wir nach dem Verstehen der Geschichte zu einem tieferen ethischen Verhalten übergehen müssen. Dies umfasst Teile des Musar, Ethik und Mitzvot aus den fünf Büchern Moses. Der Grund, warum wir Musar wählen und nicht etwa Halachot studieren, ist, dass Musar uns direkt anspricht und unser tägliches Verhalten formt. Es hilft uns, unsere Charaktereigenschaften zu verbessern und ein besserer Mensch zu werden. Die Durchsicht der Gesetze des Judentums erfolgt erstens, weil es zahllose Orte gibt, an denen man die Gesetze des Judentums lernen kann. Rabbiner lehren Halachot. Es gibt zahlreiche Bücher darüber. Man kann selbst lesen oder Schiurim anschauen. Im Internet oder in der Tora findet man überwiegend Unterricht über Gesetze und Vorschriften. Was fehlt, ist die tiefgreifende Lehre darüber, wie man als Jude lebt und handelt. Im Alltag, in Beziehungen und in der Gemeinschaft. Es geht um mehr als nur Regeln zu befolgen. Wie man sich zu einer ethischen Person entwickelt, die ihre Middoth korrigiert hat, was Hashem Yitbarach ben Adam nennt. Viele kennen Halachot, setzen sie aber nicht um. Es geht darum, die Gesetze zu leben, nicht nur zu kennen. Das Ziel ist, die Tora zu verkörpern und in allen Lebensbereichen umzusetzen. Dieser lebenslange Prozess erfordert Geduld und Hingabe, führt aber zu einem erfüllten Leben. Sie kennen alle möglichen Arten von Gesetzen, aber sie haben vergessen, sich wie menschliche Wesen zu verhalten. Es gibt Rassismus, Sexismus, Geiz, Wut, alle möglichen fehlerhaften Verhaltensweisen, über die wir dringend sprechen müssen. Deshalb ließ Hashem die Weisen eine besondere Mischna zusammenstellen, die sie Pirkay Avot nennen, um uns ethisches Verhalten zu lehren. Wir betrachten die Weisen und ihre Marmarim über Verhalten und Lebensführung nach der Tora. Diese Sprüche zeigen gebotenes Verhalten. Die Anwendung einer Mischna könnte ihr Leben verändern und sie zu einem besseren Menschen machen. Es geht darum, wie wir uns im Alltag benehmen und unseren Charakter formen. Diese Serie wird über 100 Shurim umfassen, was eine beachtliche Anzahl darstellt. Ursprünglich plante ich, mehrere Mischnajot pro Mal zu behandeln, aber das hat sich als zu ambitioniert erwiesen. Das langsamere Tempo zeigt deutlich, dass jede einzelne Mischna eine gründliche und zeitintensive Betrachtung erfordert. Trotz des bereits umfangreichen Unterrichts haben wir die volle Tiefe und Bedeutung noch nicht annähernd erreicht. Dies wird eine intensive Lektion sein, die uns zeigt, wie jede Mischna in unserem Leben anwendbar ist. Im Geschäft, in der Familie oder im Alltag und wie wir uns verbessern können. Die Geschichte und unsere Herkunft zu kennen ist wichtig, ebenso wie die Mitzvot. Doch es reicht nicht, diese Dinge nur zu wissen. Wenn wir die Mitzvot ausführen. Wir zeigen der Welt ein Äußeres, das das Judentum repräsentiert, aber das Innere ist verfault. Wir sind immer noch die ganze Zeit wütend. Wir sind immer noch die ganze Zeit traurig. Wir sind immer noch depressiv. Wir haben immer noch Angstzustände. Wir haben immer noch alle Arten von Bitterkeit. Wir sind oft geizig und haben Schwierigkeiten, Zedakar zu geben oder Freunden zu leihen. Manchmal sogar in Notsituationen. Unsere fehlerhaften Charaktereigenschaften bestehen weiter, trotz unserer Bemühungen. Laut Gemara und mündlicher Tora lassen unsere Verhaltensweisen unsere Mitzvot schlecht erscheinen und mindern deren Wert. Ein Talmid, ein Tora-Gelehrter, wird als solcher betrachtet und sollte ein Vorbild sein. Der schlechte Midot hat, der schlechte Charaktereigenschaften hat, ist ein totes Tier auf der Straße besser als er. So wichtig sind Midot. Der Vilna Gaon wurde also gefragt, warum es so ist, dass Charaktereigenschaften und Charakterentwicklung so wichtig sind. Warum ist es kein Gebot, der Tora Midot zu verbessern? Der Vilna Gaon erklärte dies mit seiner bemerkenswerten Einsicht. Alle Mitzvot sollen uns zu menschlichen Wesen machen, die Halachot formen und gestalten uns in unserem täglichen Leben. Sie lehren uns, mitfühlend und ethisch zu handeln und wahrhaft menschlich zu werden. Das ist der eigentliche Zweck aller Gebote. Die Verbindung zu Hashem schützt dich vor schlechten Charakterzügen. Was lernst du beim täglichen Aufstehen? Erste Lektion, du bist wach und kannst dich verbessern. Jeder Tag bietet die Chance, deinen Charakter zu formen und deine Midot zu verfeinern. Es ist ein ständiger Prozess der Selbstverbesserung, der mit jedem Morgen neu beginnt. Sie haben Techiad Hameitim erlebt. Was sagen Sie beim Aufwachen? Danken Sie Hashem. Lernen Sie Dankbarkeit. Zeigen Sie sie, egal was jemand für Sie tut, ob gut oder schlecht, ob gewünscht oder nicht. Seien Sie stets dankbar. Sagen Sie Danke. Ein einfaches Danke kann Ihnen Ihre nächste Welt erkaufen. Nachdem Sie das getan haben, waschen Sie Ihre Hände und sprechen einen Segen. Sie lernen. Leben braucht Struktur und Ordnung. Man kann nicht alles beliebig tun. Aufstehen, schlafen, arbeiten und grüßen sollten einem festen Rhythmus folgen. Dies gibt Halt im Alltag und schafft einen inneren Kompass für unser Handeln. Sonst gleicht es dem wilden Westen, wo jeder tut, was er will, ohne Rücksicht auf andere oder höhere Werte. Diese Struktur hilft uns, ein sinnvolles Leben zu führen. Struktur. Das geht nicht. Es gibt eine Struktur. Bevor Sie alles tun, muss etwas geschehen. Waschen Sie Ihre Hände. Es lehrt Sie Hygiene. Seien Sie nicht jemand, der schicke Kleider trägt, aber vergiss zu duschen. Das verursacht Schilul Hashem, kein Kiddush Hashem. Sie können alle schwarze und weiße Kleidung tragen, aber wenn Sie riechen, ist es Schilul Hashem. Die Leute denken dann, alle Juden riechen. Hygiene ist wichtig. Als Diener Hashems repräsentieren wir ihn und sollen ein Licht für die Nationen sein. Bei Simchat Torah feiern wir. Doch manchmal übertreiben wir. Einige trinken zu viel, statt maßvoll zu bleiben. Dies widerspricht unserer Rolle als Vorbilder. Wir müssen stets unser Bestes geben und Hashems Lehren folgen, um unserer Verantwortung gerecht zu werden. Was für ein fantastischer Feiertag des Feierns ist. Aber leider vergessen wir uns manchmal selbst. Hashem sagt uns, dass wir feiern sollen, doch übertreiben wir es oft. Statt maßvoll zu trinken, wollen manche einen Schwips bekommen und ein gutes Gefühl haben. Sie trinken dann ein Drittel der Flasche oder sogar mehr, anstatt nur ein wenig zu genießen und die Freude des Festes zu spüren. und erscheinen in dem Miniatur Beit Hamikdash, genannt Beit Knesset, in unserer Generation wie Alkoholiker. Sie riechen nach Alkohol, sie benehmen sich wie Alkoholiker, sie fallen übereinander und was tun sie? Sie tun es direkt neben dem Sefer Torah. Wenn dies der Beit Hamikdash wäre und die Sanhedrin anwesend wäre, würden sie auf der Stelle die Todesstrafe erhalten. Auf der Stelle ohne Prozess. Sofort würden sie die Todesstrafe erhalten. Aharons Kinder. Zwei von ihnen. Hashem tötete sie aus fünf Gründen. Einer davon, sie tranken vor dem Betreten des Kodesch Hakodashim. Man darf nicht betrunken oder auch nur mit zu viel Alkohol in die Synagoge gehen. Es ist eine ernste Angelegenheit. Dies führt mich zu meinem nächsten Thema, über das mich die Leute gefragt haben, das ich jedoch nie in einem Schiur angesprochen habe. Deshalb ist es gut, es einfach zu erwähnen und ich werde darauf eingehen, warum die Leute immer fragen, ob wir Marihuana rauchen dürfen. Früher war es in Amerika illegal. Jetzt ist es legal, jetzt wird es befürwortet, jetzt wird es gefeiert, jetzt gibt es Investmentseminare, die speziell für Investitionen in Marihuana-Unternehmen gemacht sind. Speziell für Investitionen in Marihuana-Unternehmen gemacht. So sehen wir nach und nach, dass Sodom und Gomorra Amerika wird. Es ist ein langsamer, aber stetiger Verfall der Moral und Werte. Amerika könnte zu Sodom und Gomorra werden, doch man investiert in Marihuana. Diese einst illegale Industrie wird nun gefeiert. Warum? Wegen Steuergeldern und Profit. Wir können schnell Geld verdienen. Erschreckend bereitwillig. Es zeigt, wie leicht wir unsere Seele und Werte für finanziellen Gewinn verkaufen. Die Moral wird dem Mammon geopfert und wir nennen es Fortschritt. Plötzlich haben wir all jene Gefühle über die Schädlichkeit und Unangemessenheit vergessen. Die ethischen Gründe, warum es jahrelang illegal war, sind wie weggeblasen. Warum? Es ist jetzt in Colorado, Kalifornien und anderen Orten legal geworden. Die Gesetze haben sich geändert und mit ihnen unsere Wahrnehmung. Wenn man also jetzt jemanden mit roten Augen sieht, denkt man nicht mehr automatisch an etwas Verbotenes. Man fragt nicht, was ist falsch? Stattdessen heißt es, du hattest einen Cupcake vom Weed-Verkäufer, Chazak Ubaruch. Es wird als etwas Gutes gesehen, angeblich besser als Rauchen. Im Judentum ist dies jedoch strikt verboten, außer aus echten medizinischen Gründen, was auf mindestens 90% der Fälle nicht zutrifft. Es ist besorgniserregend, wie leichtfertig dieses Thema behandelt wird, obwohl es jüdischen Prinzipien widerspricht. Viele Marihuana-Konsumenten haben keine medizinischen Gründe. Sie erhalten gefälschte Karten von Ärzten mit der Begründung, nutzen Sie diese für Ihr Gras, weil Sie süchtig sind. Echte medizinische Probleme sind selten der Grund. Es ist unwahrscheinlich, dass jeder junge Erwachsene in Amerika plötzlich Beschwerden hat, die eine solche Karte rechtfertigen. Das System wird missbraucht und viele nutzen diese Lücke für legalen Zugang zu Marihuana. Menschen glauben oft ihre eigenen Lügen. Marihuana kann bei schweren Krankheiten wie Krebs oder Aids mit starken Schmerzen medizinisch genutzt werden. Es hilft bei verschiedenen Schmerzarten, ist aber nicht immer wirksam. Nur bei ernsthaften medizinischen Gründen ist die Verwendung gerechtfertigt, nicht für Freizeitzwecke. Viele missbrauchen diese Ausnahme, um ihren Konsum zu rechtfertigen. Man sollte sehr vorsichtig damit umgehen. Nicht jeder profitiert davon, wenn es Ihnen hilft, Schazak-Ubaruch. Sie können es verwenden, kein Problem. Aber 90% der Menschen haben keine medizinischen Probleme. Sie rauchen zum Vergnügen, um der Realität zu entfliehen. Es gibt die Realität und alles andere. Sie wollen nicht die Realität, sondern woanders sein, anders denken und fühlen. Sie sind unzufrieden mit ihrem Geisteszustand und wollen eine Illusion erschaffen. Das ist nicht erlaubt. Der Grund ist derselbe, warum uns Trinken und Betrunkenheit verboten sind, besonders in der Beit Knesset. Ein Jude soll ein Licht für die Nationen sein. Als solches muss man wissen, dass man nicht nur sich selbst als Jude repräsentiert, sondern auch GTT. Ein Licht für die Nationen zu sein, bedeutet, diese Verantwortung zu verstehen und danach zu handeln. Aber das bedeutet auch, dass sie jederzeit bereit sein müssen, GTT ihrem Schöpfer zu begegnen. Zu jeder Zeit müssen sie darauf vorbereitet sein, wenn GTT sich offenbart und sich ihnen zeigt, dass sie in diesem Moment vorbereitet sind. Sie sehen und verhalten sich in diesem Moment angemessen, besonders im Beit Knesset. Nun, wenn sie betrunken sind, es ist wahrlich nicht die beste Art, vor deinen Schöpfer zu treten. Wenn du einen wichtigen Menschen wie deinen neuen Chef, einen Präsidenten oder Gouverneur treffen würdest, würdest du sicherlich nicht betrunken erscheinen, sofern du auch nur ein Fünkchen Verstand oder Selbstrespekt besitzt. Genauso wenig würdest du high erscheinen wollen. Oh ja, ich habe gerade einen Brownie gegessen, was natürlich nicht dasselbe ist. Das wirst du nicht tun, weil es unangemessen ist. Warum sollte es neben Gott angemessen sein, nur weil du ihn nicht siehst? Achte darauf, du wirst ihn überall sehen. Das Rauchen oder Essen von Marihuana und alles, was deinen Geisteszustand verändert, ist nicht erlaubt. Jemand fragte mich, wie steht es mit Kaffee? Kaffee verändert auch ihren Geisteszustand. Das ist nicht unbedingt dasselbe Niveau der Veränderung ihres Geisteszustands. Zunächst einmal sind die meisten Menschen, die Kaffee trinken, normale Menschen, die morgens eine Tasse Kaffee trinken, um wach zu werden. Nicht übermäßig Kaffee trinken, bis zur Hysterie. Bei normalem Konsum verändert er den Geisteszustand kaum. Er weckt auf und kann sogar beim Beten helfen, damit man nicht mit den Tefilin einschläft. Selbst im Schacharit wird empfohlen, Wasser oder Kaffee zu trinken. Es geht darum, wach und konzentriert zu bleiben, nicht darum, sich in einen Rausch zu versetzen. Es ist in Ordnung. Es soll sie wacher machen, ohne ihren Geisteszustand zu ändern. Für mich hat es keine Wirkung. Ich habe einen seltsamen Körper, den man der Wissenschaft spenden sollte. Bei manchen Menschen wirkt es aber. Red Bull, Kaffee und ähnliche Dinge können einige wach machen. Es ist in Ordnung. Es ist nicht dasselbe Niveau, wissen Sie? Sie werden eine Tasse Kaffee trinken und den Präsidenten treffen, wer auch immer in einer Woche der Gewinner sein wird. Aber Sie werden nicht schnell einen Joint rauchen. Neben dem Präsidenten trinkst du keinen Tequila-Shot, aber Kaffee ist in Ordnung. Warum? Es ist akzeptables Verhalten. Wenn es für einen irdischen König akzeptabel ist, muss es auch für den König der Könige akzeptabel sein. Du musst erkennen, dass wenn es für einen niedrigen König aus Fleisch und Blut in Ordnung ist, es auch für den höchsten König angemessen sein wird. Wenn es für sie nicht akzeptabel ist, dann ist es für den König der Könige offensichtlich noch viel weniger akzeptabel. Das ist also das Hauptanliegen in Bezug auf die Frage nach Marihuana und Alkohol. Es ist äußerst wichtig, dass die Menschen wissen, dass es nicht nur unangemessenes Verhalten ist, sondern dass das Urteil auch sehr, sehr streng ist. Viele Menschen haben Schwierigkeiten mit einigen Teilen, haben Schwierigkeiten zu glauben, was wir sagen. In Bezug auf das Urteil, weil wir zu den wenigen gehören, die tatsächlich öffentlich über das Urteil sprechen. Deshalb habe ich ein paar Quellen mitgebracht, die ich kürzlich durchgegangen bin und die Gemara. Es gibt unzählige Quellen. Dies sind nur einige davon. So verstehen Sie, dass das, was wir sagen, nicht meine Meinung ist. Meine Meinung ist wertlos, das ist klar. Jeder einzelne Buchstabe der Heiligen Tora ist unendlich wertvoller. Niemand sollte jemals denken, dieser Mann ist streng. Wenn es überhaupt Strenge gibt, dann ist es lediglich meine persönliche Meinung. Alles, was ich hier sage und lehre, ist Standard und grundlegendes Niveau der Halacha. Die Tora sieht Grundlegendes als fundamental. Gott ist gnädig bei Dienst, sonst urteilend. Weise der Gemara erweckten Tote. Gottes Urteil folgt unserem Verhalten. Gottes Hand ist in unserem täglichen Leben allgegenwärtig. Gnädig und barmherzig wenn wir ihm treu dienen, aber auch richtend, wenn wir es nicht tun. Dies ist keine bloße Meinung, sondern steht so in den Heiligen Schriften geschrieben. Zum besseren Verständnis, jeder Weise, der im Gemara namentlich erwähnt wird, besaß mindestens die außergewöhnliche Fähigkeit, Tote wieder zum Leben zu erwecken. Es gab viele Menschen, die die Tora kannten. In jenen Tagen waren nur wenige nicht religiös. Wer nicht religiös war, galt als Kofa, ein Heretiker gegen die Religion. Man war entweder religiös und ein Zaddik oder ein Heretiker. Es war nicht wie in einer säkularen Nachbarschaft. So etwas existierte nicht. Niemand verbrachte seine Zeit damit, gemeinsam ins Kino zu gehen oder Pokémon spielen. Also warst du entweder religiös oder ein Heretiker. Also bedeutet das Lernen der Tora nicht zwangsläufig, dass jemand hohe Stufen erreicht hat. Die wirklich hohen Ebenen erreichten die Talmidei Chachamim. Dann gab es Tanaim oder Amoraim, Weise, die zur Tora beitrugen. Noch höher standen jene, bei denen man nicht nur sagte, jemand hat so und so gesagt, wenn sie zur Tora beitrugen, ohne das höchste Niveau zu erreichen. Wenn sie aber namentlich erwähnt wurden, das bedeutet, du bist bedeutend, dein Name ist in Stein gemeißelt und ewig in der Tora verzeichnet, du musst mehr als gerecht sein, etwas Übermenschliches. Rabbi El-Azar, ein großer Weiser, gewann tiefe Erkenntnisse bei diesem Vers. Er verstand die wahre Bedeutung. Seine Augen füllten sich mit Tränen. Er erkannte die Größe und Verantwortung. Die Erkenntnis überwältigte ihn. Er spürte die tiefe Verbindung zur Tora. Dieser Moment veränderte sein Leben für immer. Dieser Moment im Buch Genesis Kapitel 45 Vers 3 steht, aber seine Brüder konnten ihm nicht antworten, denn sie waren bestürzt vor ihm. Dieser Vers stammt, wenn sie sich erinnern, aus der Geschichte von Josef und seinen Brüdern, wo seine Brüder ihn nach Ägypten verkauft hatten und ihn nach vielen Jahren wieder sahen. Sie waren schockiert, als sie erkannten, wer er war. Sie dachten, er sei tot oder verschwunden, unwissend, dass er zum mächtigen Vizekönig Ägyptens aufgestiegen war. Er kontrollierte alles, Nahrung, Land und Schicksal. Mit dieser Macht entschied er über Leben, Tod, Krieg und Frieden. Seine Brüder, die ihn einst verkauft hatten, standen nun vor ihm, ahnungslos, dass ihr verloren geglaubter Bruder ihr Richter war und ihr Leben in seinen Händen hielt. Als er sich zu erkennen gab und fragte, ich bin euer Bruder, lebt mein Vater noch, erkannten sie den vor 20 Jahren verkauften Bruder lebendig und wohlauf. Durch Prophezeiung zeigte Hashem ihnen das ganze Bild und sie waren von Ehrfurcht und Staunen erfüllt. Sie konnten kaum glauben, dass ihr lange vermisster Bruder nun vor ihnen stand, mächtig und weise geworden. Sie sahen ihre Taten und fühlten sofort Reue, aber nicht oberflächliche Reue wie tut mir leid, ich bin gegen dich gestoßen oder Entschuldigung, ich habe das geschuldete Geld vergessen. Nicht dieses Niveau der Reue, es war die tiefe, herzzerreißende Reue, die Hashem erwartet, wenn jemand nach Schamayim kommt und der Gerichtstag bevorsteht, eine Reue, die bis ins Innerste der Seele dringt und echte Umkehr bewirkt. Sie zeigen ihm den Film seines Lebens von der Geburt bis zur Ankunft. Sie fragen wiederholt, warum hast du dort gesündigt? Jede einzelne Sünde wird hinterfragt. Jedes Mal Lashon Hara gesprochen, einen Segen vergessen, Hashem nicht gedankt, jedes Mal am Telefon gespielt, nur um die Wahlupdates alles und konfrontieren ihn mit jeder Verfehlung. Jedes Mal, wenn sie nicht auf den Rabbi hören oder beschließen, unbescheiden zu sein, um Freunden zu gefallen, handeln sie gegen Hashem. Dies wird ihnen gezeigt werden und sie tief berühren, vielleicht sogar erschüttern. Menschen mit Nahtoderfahrungen berichten übereinstimmend, dass das Schlimmste, was sie je erlebt haben, die Busha war, diese überwältigende, alles durchdringende Scham und Reue, die jede Faser ihres Seins erfüllte. Ist die Scham. Sie erkennen, dass Hashem vollkommen ist und nichts, absolut nichts. Sie von ihm trennt. Sie wissen, dass alles in der Tora und über Hashem wahr ist. Es ist viel transparenter, als wir uns je vorstellen können. Zudem sehen sie ihr gesamtes Handeln der letzten Jahrzehnte, jede Tat. Jedes Wort. Das Maß der Scham ist so überwältigend groß, dass man nicht nur sterben, sondern vollständig aufhören möchte, zu existieren. Dies ist das Maß an Bouchard, das tiefe Scham das Schamgefühl, das man in sich trägt. Es ist auch genau das Maß an Bouchard, das die zwölf Stämme Israels empfanden, wegen ihrer grausamen Taten gegenüber ihrem Bruder Josef. So erklärt Rabbi Elazar eindrücklich, Jedes Mal, wenn ich diesen Vers lese, weine ich. Warum weint er? Nun, wenn dies die Zurechtweisung von Fleisch und Blut ist, die so viel Bestürzung verursacht, wird die Zurechtweisung des Heiligen gepriesen sei er, umso mehr sein. Wenn die Brüder Josef hat Sadek empfand solche Scham vor einem Menschen, stellen sie sich die Scham vor, die wir vor Melech Malschai Hamelachim HaKadosh empfinden werden. Eine überwältigende, tiefgreifende Scham, die uns erschüttert. Wenn wir das vollständige Bild kennen, die Leute denken nicht darüber nach, aber es ist ein großer Teil der Strafe und oft unterschätzt. Wenn wir über einige Dinge sprechen, gehen wir nicht auf Details ein, sondern geben nur eine kleine Vorstellung davon. Das sollte uns zum Nachdenken anregen. Ich möchte ein paar dieser wichtigen Punkte mit Siata Dishmaya ansprechen und hoffe, dass wir daraus lernen können. Wirklich diese Nörgler eliminieren oder alles, was sie vielleicht oder vielleicht nicht von anderen Orten hören, wo sie ihnen sagen, nein, es ist zu hart, Genom existiert nicht, es ist nur ein Jahr. Wissen Sie, es gibt tatsächlich einen Tschabat Artikel, der vor ein paar Jahren geschrieben wurde, leider, nachdem er geschrieben wurde, die Schreibweise war vollständige Kefirer und Heresie einer respektablen Organisation. Wäre ihr Rebbe am Leben, würde er den Artikel verbieten und den Autor einsperren lassen, bis er die Wahrheit kennt. Alles nur, weil jemand fragte, ob das Judentum an Gan Eden und Gehen um glaubt. Eine einfache Frage führte zu einer heftigen Reaktion. Dies zeigt die Sensibilität und Bedeutung dieser Themen im Judentum. Jemand stellte diese Frage, ob das Judentum an Gehenom glaubt. Und die Art und Weise, wie diese Person diesen Artikel geschrieben hat, ließ es so erscheinen, als sei Gehenom nicht nur wirklich kein so schlechter Ort, sondern in gewissem Maße schien es tatsächlich ein guter Nun, es gibt kein Buch und keine Quellen für solch einen Unsinn. Sogar die Gojim wissen, dass Gehenom kein guter Ort ist. Und keine große Sache, per Definition weiß jeder, dass Gehenom nicht eine Sie erwähnten Gehenom jemand bekommt Satan muss sich einmischen. Sagen sie, hey, warum reden sie über mein Haus? Also dieser Typ hat es so dargestellt, was eine übliche Beschreibung Nein, es ist wie eine Waschmaschine. Es reinigt die Seele von Unreinheiten, aber es ist kein Ort ewiger Qual. Wissen Sie, es ist so, dass man für ein Jahr dorthin geht, sie reinigen einen und dann geht man nach Gerniden. Das ist völliger Unsinn. Es gibt überhaupt keine Quelle für das, was dort gesagt wird. Es gibt ein Missverständnis. Gehenom dauerre ein Jahr. Tatsächlich könnte es unendlich sein. Die Gemara in Masechet Rosh Hashanah sagt, manche verlassen Gehenom nie, auch wenn Maschiach kommt und die Welt endet. Dies widerspricht der Idee eines begrenzten Aufenthalts. Tora und Gemara lehren das Gegenteil. Es wird als kein schlechter Ort dargestellt. Diese Dinge zu wissen ist wichtig, da die heutige Mischna zum Verständnis von Yirat Shamayim beiträgt. In dieser Gemara Masetje Chagiga Es heißt ebenso verhält es sich beim Maß der Bestrafung, denn es steht geschrieben, wie die Anzahl der Tage, die ihr das Land ausgekundschaftet habt, die Strafe entspricht der Sünde. Haben sie 40 Jahre gesündigt? Nein, nur 40 Tage. Dies lehrt uns folgendes, wer eine Übertretung begeht, selbst an nur einem einzigen Tag im Jahr, wird von der Schrift so betrachtet, als hätte er das ganze Jahr über gesündigt. Sie nutzen hier eine Quelle, Masetje Chagiga, Seite 5b, hier lehren sie uns, etwas beängstigender als die Beschreibung von Gehinom. Was ist hier so erschreckend? Sie beziehen sich auf die Sünde der Spione, die wir mit Moshe Rabbenu lernten. Die Spione gingen für 40 Tage nach Kanaan, dem späteren Eretz Israel, und brachten schlechte Nachrichten zurück. Dies wird als Beispiel verwendet, um uns zu warnen. Und dann bestrafte uns Haschem für 40 Jahre. Shazal lehrt uns hier, dass jemand, der eine Sünde begeht, nicht denken sollte, oh, okay, ich habe eine Sünde begangen, es ist wirklich nicht so schlimm. Sie sagen, dass man für einige Sünden einen Tag sündigen und dafür ein Jahr lang bestraft werden könnte. Warum erwähne ich diese spezielle Gemara? Weil wir manchmal in Schiorim sagen, dass Teile der Bestrafung nicht nur ein oder fünf Jahre dauern. Es könnten 5000 oder 50 Millionen Jahre sein. An einem solchen Ort gibt es kein Zeitkonzept. Da fragen sich die Leute, wie es 50 Millionen Jahre sein könnten. Wenn die Welt weniger als 6000 Jahre alt ist, gibt es kein Zeitkonzept. Doch steht geschrieben, dass eine Sünde bestraft werden kann. Ein Tag kann ein Jahr zählen. Wer öffentlich seine Meinung äußert, sollte diese Konsequenzen bedenken und vorsichtig sein. Die Tora lehrt uns, dass unsere Worte und Taten Gewicht haben und langfristige Folgen nach sich ziehen können. Ob es in einem Artikel, einem Vortrag oder sogar im allgemeinen Verhalten im Beit Knesset ist, sie müssen Als Jude bist du für jede einzelne deiner Handlungen verantwortlich und wenn du kein Licht für die Nationen sein wirst, dann stelle sicher, dass du auch keine Dunkelheit für sie bist. Dies ist eine Hauptlehre aus Pirkay Avot. Jedes Werkzeug lehrt uns, bessere Menschen zu werden. Gestern besprachen wir die Parasha und lernten, dass ohne Kontrolle, wie in Parashat Noach, die Menschheit ihre moralische Richtung verliert. Dies zeigt die Bedeutung von Selbstbeherrschung und göttlicher Führung. Die Lehren aus Pirkay Avot und der Parasha ergänzen sich und bieten Einblicke in ethisches Verhalten und spirituelles Wachstum. Die Menschen jener Generation hatten alles. Sie waren sehr, sehr wohlhabend. Die Welt war drastisch schöner. Sie hatten alle Arten von Dingen, die jenseits unserer Vorstellungskraft liegen. Sie waren groß, sie waren stark, sie waren wohlhabend. Sie hatten alles und alles, was sie sich nur wünschen konnten, aber sie waren nicht mehr in der Lage, sich selbst zu kontrollieren und die Menschheit begann Handlungen gegen Hashems Regeln wie gleichgeschlechtliche Beziehungen oder Ehebruch gefährden unsere Seelen. Diese Gebote dienen unserem Schutz und unserer Führung. Nur durch Respekt und Befolgung der Gebote können wir ein erfülltes, rechtschaffenes Leben im Einklang mit Hashems Willen führen. Es wurde für sie normal und leider wird es heute zunehmend normal. Aus Parashat Noach lernen wir, dass die Mitzwa, Samen nicht zu verschwenden, erstmals erwähnt wird. Erinnert sich jemand an meinen dreistündigen Vortrag in New York über das Verschwenden von Samen. Es war ein wichtiges Thema, das uns alle betrifft und leider oft übersehen wird. Die Tora lehrt uns, jedes Leben zu schätzen, vom Anfang an. Die Tora verbietet das Vergeuden von Samen als eine der Mitzwot nach dem Mabul. In Kapitel 9, Vers 6 wird dieses Gebot nach der Zerstörung der Welt durch Hashem deutlich gemacht. Es betont die Wichtigkeit, Leben zu respektieren und zu erhalten. Weil die Menschen sich nicht kontrollieren konnten, einander bestohlen und vergewaltigt haben, beschließt Hashem, die Welt zu zerstören und mit Noach neu zu beginnen. Nach der Zerstörung, die ein großes Trauma verursachte und die Welt altern ließ, sagt er zu Noach Du wirst mit deiner Familie die Welt neu beginnen. Dies ist deine Chance, die Welt neu zu erschaffen und indem er die Welt durch ein großes Trauma führte, das die Erde außergewöhnlich altern ließ, sagt er zu Noach Höre, du wirst die Welt mit deiner Familie neu beginnen. Dies ist die Gelegenheit, die du hast, um die Welt neu zu erschaffen und um die Welt nicht erneut zu zerstören, müssen sie grundlegende Gesetze befolgen, die für die Menschheit ewig gelten. Er gibt ihm die sieben noachidischen Gesetze. Hazal sagen, die ersten sechs existierten schon vor dem Mabul. Sie waren bereits bekannt. Hashem gab diese sechs Adam Harishon dem ersten Menschen, das siebte ein neues Gesetz gab er speziell Noach nach der Flut. Und deshalb wird es nach Noach benannt. Noach hatte Gesetze. Aber eines der Gesetze ist, du sollst nicht morden. Nicht morden, ein logisches Gesetz. Alle sieben noachidischen Gesetze sind logisch und universell gültig. Laut Torah ist die Strafe für einen Noachiden, der eines dieser Gesetze verletzt, immer der Tod. Im Judentum hingegen gibt es unterschiedliche Strafen, je nach Schwere des Vergehens, wenn ein Jude zum Beispiel stiehlt. Ein ertappter Dieb, der leugnet, zahlt doppelt, 200 für 100 gestohlenes. Für Noachiden gilt bei Diebstahl die Todesstrafe, selbst für einen Dollar. Dies zeigt den deutlichen Unterschied zwischen jüdischem und noachidischem Gesetz beim Diebstahl. Also dies ist ein Grund warum. Erstens sie haben eine viel geringere Anzahl von Regeln als die Juden und zweitens alle ihre Regeln basieren auf grundlegender Logik, um eine zivilisierte Welt zu haben. Eines der Gesetze, die Hashem Noach gibt, lautet Töte nicht. Die Art und Weise, wie er es ihm gibt, unterscheidet sich jedoch stark von der im Rest der Tora, einschließlich der Zehn Gebote. In den Zehn Geboten sagt Hashem nur zwei Worte, Lothir Töte nicht. Aber hier in Parashat Noach ist es sehr klar, dass es mehr ist, als nur nicht Morden. In Kapitel 9, Vers 6 heißt es, wer das Blut eines Menschen vergießt, dessen Blut soll durch den Menschen vergossen werden. Denn im Bilde Gottes hat er den Menschen gemacht. Dies zeigt, wie heilig das menschliche Leben ist. Hashem hat den Menschen gemacht. Hier sehen wir, dass es sich nicht nur um ein einfaches Du sollst nicht Morden handelt. Dies ist, wer das Blut des Menschen im Menschen vergießt, dessen Blut wird vergossen. Wir wissen also bereits, dass die Strafe für Mord die Todesstrafe ist. Die Schwere dieses Verbrechens wird deutlich hervorgehoben. Es beginnt anders. Es heißt, das Blut eines Mannes in einem Mann. Wenn es nur Mord bedeuten würde, wäre es das Blut eines Mannes. Jeder, der das Blut eines Mannes vergießt, das ist Mord. Aber es sagt, jeder, der das Blut eines Mannes in einem Mann vergießt, Adem, Adem, Adem. Das Blut eines Mannes in einem Mann ist sein Samen, sein Sperma. Dies ist die erste wörtliche Quelle in der Tora über Samenverschwendung. Wir halten keinen ganzen Schür darüber, haben aber bereits mehrere Stunden in anderen Vorträgen darüber gesprochen. Der Kernpunkt ist der Grund für Samenverschwendung und Hashems Sorge darüber am Anfang der Tora. Es markiert den Beginn einer neuen Welt. Noach startete diese Welt, die sich von Adams unterscheidet. Die alte Welt wurde erschaffen und zerstört. Dies ist eine völlig neue Welt, die von Grund auf beginnt. Der Grund, warum Hashem laut dem Zohar Hakadosh die Welt hauptsächlich zerstörte, war wegen der Verschwendung von Samen. Als die Menschheit den Wert des Lebens verlor, die Wertschätzung für den Wert des Lebens, bis zu dem Punkt, an dem sie ihren Samen verschwendeten und jedes Mal Millionen potenzieller Seelen töteten, wurde es zu einem so großen Gräuel vor Hashem. Sie haben ihr Recht zu Leben verloren. Hashem betont dies gegenüber Noach, unabhängig davon, ob man Rechtschaffner, Nicht-Jude oder Jude ist. Durch dieses Mitzvah ist man verpflichtet, potenzielle Seelen nicht als nichts zu behandeln. Es ist eine universelle Verantwortung für alle Menschen, unabhängig von Herkunft oder Glauben. Der Hauptgrund für diese Sünde ist, wenn die Menschheit keine Struktur, keine Jirad Shamayim hat, ist es unmöglich, Kontrolle zu haben. Wenn du denkst, niemand beobachtet, was du tust, deine Handlungen keine Konsequenzen haben, verlierst du leicht den moralischen Kompass und die Selbstbeherrschung. Ob es sich um Nettilat Yadayim, einen Segen über den Keks, Tora lernen, Bescheidenheit, Schabbat halten oder irgendetwas anderes handelt, wenn sie nicht glauben, dass jemand jeden ihrer Geschäftsvorgänge beobachtet, und ich meine nicht die Regierung, wenn sie nicht glauben, dass jemand zusieht, wenn sie über Tzedakah nachdenken oder wenn sie sich fragen, ob sie eine gute Tat vollbringen sollen, wenn sie nicht glauben, dass jemand all das sieht, Segen machen oder nicht, zur Synagoge gehen oder nicht, wenn du glaubst, niemand sieht zu, machst du dich selbst zum Gott, das ist Götzendienst. Es muss einen Gott geben, einen Meister der Welt. Jemand muss die Kontrolle haben. Behauptest du, es gäbe keinen Gott, Schasve Shalom, machst du dich zum Meister deiner Welt und zu deinem eigenen Idol. Ohne Jirad Shammayim, ohne Furcht vor dem Allmächtigen, der dich stets beobachtet, verlierst du leicht die Kontrolle. Ohne Ehrfurcht vor dem Himmel ist es einfach, die Beherrschung zu verlieren. Es ist einfach, nach eigenen Wünschen zu handeln. Hashem warnt eindringlich, durch Mangel an Jirad Shammayim und Wertschätzung, ohne Modeani am Morgen zu sagen, könntest du eine der schlimmsten Sünden begehen, den täglichen Mord an Hunderten von Millionen Seelen. Dies zeigt deutlich, wie leicht man ohne echte Gottesfurcht in schwere Vergehen geraten kann, selbst bei scheinbar kleinen Nachlässigkeiten. Diese Kontrolle ist schwer zu erreichen, nachdem wir durch die Welt befleckt wurden, aber nicht unmöglich. Es gibt nur wenige Dinge, die man tun muss, um sie zu erlangen. Manche versuchen es, tun es aber nicht mehr absichtlich. Sie schauen sich Shiorim an, haben Angst, suchen nach Teshuva und hören dann damit auf. Trotzdem haben sie einiges nicht unter Kontrolle, etwa wenn sie schlafen gehen. Man muss stets auf seine Augen achten. Bei Unanständigkeit wird man wie ein Wackelkopf, schaut auf alles Bewegende und vergeudet Samen. Ob absichtlich oder nicht, man betrachtet Frauen, selbst Anständige, dies führt unweigerlich zur Samenverschwendung. Es ist eine große Aveira, eine schwerwiegende Sünde, und man muss mit aller Kraft dagegen ankämpfen, um rein zu bleiben. Wenn sie ständig Frauen ansehen, verschwenden sie Samen. Ihre Fantasie wird aktiv, selbst bei bescheidenen Frauen im Beit Knesset, die sie wie unbescheidene Frauen von früher sehen. Diese Kontrolle ist schwer, aber nicht unmöglich zu erreichen. Beobachten sie ihre Augen, schauen sie auf den Boden, sehen sie bei Frauen nur das Nötige, sagen sie Schalom, wenn nötig, dann schauen sie weg. Lernen sie, Blicke zu kontrollieren und unangemessenes starren zu vermeiden. Manchmal kann ich direkt auf sie schauen, aber in Wirklichkeit sehe ich sie nicht an. Ich schaue auf ihren Kopf oder die Seite, nicht ins Gesicht. Das ist für Männer und Frauen notwendig. Manchmal kann ich sie wirklich nicht anschauen. Würde ich stets auf den Boden schauen, fragten die Leute, ist etwas nicht in Ordnung? Deshalb müssen sie sich selbst trainieren, vor allem ihre Augen. Dies Es ist nicht einfach, aber es ist möglich. Sie müssen sicherstellen, dass sie nicht zu den Menschen gehören, die ständig fluchen. Achten sie auf ihre Sprache. Wenn sie wie ein Lastwagenfahrer sprechen, führt diese eine Ebene der Unbescheidenheit unweigerlich zur nächsten. Schritt Nummer drei. Vermeiden sie ständige Gefahren. Wenn ihre Umgebung von unsittlichen Orten und Versuchungen geprägt ist, wird es unmöglich bescheiden zu bleiben und nach der Tora zu leben. Ob es daran liegt, dass ihre Treffen immer in einer Bar stattfinden müssen, es gibt viele Networking Events, die in Bars stattfinden oder verschiedene Zusammenkünfte, bei denen so gut wie alle Frauen halbnackt erscheinen und die Männer in drei Teile anzügen. Jeder versucht sich zu beeindrucken in der Hoffnung, jemanden mit nach Hause zu nehmen, anstatt Geschäfte zu machen. Meiden Sie solche Dinge, treffen Sie Personen in Cafés oder Ihrem Büro, besuchen Sie keine unsittlichen Orte. Es gibt Es gibt Möglichkeiten, Geschäfte zu machen, ohne sich an unanständigen Orten aufzuhalten. Ich verstehe die Sorge, Chancen zu verpassen. Ohne Gottes Glauben könntest du etwas verlieren. Mit Glauben weiß Gott, dass du unzüchtige Frauen meidest, nicht das Geschäft. Er bietet andere Möglichkeiten. Glaubst du, Gott die Welt lenkt, hast du nichts zu befürchten. Er belohnt deine Integrität. Achte auf deine Augen, deine Umgebung und deinen Mund. Wähle deine Freunde sorgfältig aus. Wenn deine Freunde nur in Strip Clubs und Bars gehen wollen, wie du es vor deiner Teshuva getan hast, musst du dich entweder von ihnen trennen oder sie dazu ermutigen, selbst Teshuva zu machen. Ihre Vorstellung von Spaß und Unterhaltung sollte nicht zu weit von deinen neuen Werten und deinem spirituellen Weg entfernt sein. Wenn du sie nicht zur Teshuva bringen kannst, musst du deine Freunde aufgeben. Es ist eine schwierige Entscheidung. Mit stärkerer Teshuva verliert die Beziehung ohnehin an Bedeutung, da ihr immer weniger gemeinsam habt. Hashem lehrt uns deutlich, dass dies eine der ersten sieben Mitzvot ist, die wir in der Welt erhielten. Es ist eine kritische Mitzvah, verschwendet keinen Samen. Von Noach gelernt, zerstörte ich die Welt dafür. Die Sünde entstand nur, weil die Menschen sich nicht beherrschen konnten. Es ist jedoch eine sehr einfache Sache, wenn man früh beginnt und Kinder ab drei, vier, fünf Jahren entsprechend lehrt. Dies ist der Schlüssel zur Selbstbeherrschung und einem tugendhaften Leben. Struktur ist wichtig, danken, auf Hygiene achten, beten und lernen. Diese Handlungen dienen Haschem und haben eine tiefere Bedeutung. Struktur hilft dabei, Sünde zu vermeiden. Ohne Struktur und Erklärungen droht man Shasve Shalom abzufallen. Man lehrt Struktur mit Sinn, denn alles hat einen höheren Zweck für Haschem. Wenn Struktur und Antworten auf Fragen fehlen, steigt das Risiko abzufallen. Wir haben bisher die ersten Mishnajot gelernt. Sie werden nicht so schwer sündigen, doch ohne klare Struktur, nur auf Befehl ohne Verständnis zu handeln, führt zum Abfall Shasve Shalom. Was dann passieren kann, ist besorgniserregend. Die ersten Mishnajot zu lernen, ist ein guter Anfang. Die erste Mishna erläutert die Abstammung der Tora. Sie begann am Har Sinai, wo Hashem sie Moshe gab. Moshe gab sie an Jehoshua weiter, der an die Ältesten, die an die Propheten und schließlich an die Anshai Knesset Haged weitergaben. Diese Kette der Überlieferung zeigt die Wichtigkeit und Heiligkeit der Tora für das jüdische Volk. Und dann war das letzte Mitglied der Anshai Knesset Haged Dola Shimon Had Sadik und wir haben letzte Nacht über ihn gelernt darüber, wie er sagte, dass die Welt auf drei Dingen basiert oder auf drei Dingen steht. Tora, Gottesdienst und auf Nächstenliebe und die Geschichtsstunde geht weiter mit dem Musar darin. Shimon Had Sadik hat viele Schüler und hier haben sie eine der bedeutenden Personen, die die weisen Lehren von Shimon Had Sadik erhalten haben. Es heißt, Antigonus, der angesehene Anführer von Sosho, war einer seiner herausragenden Schüler. Er war bekannt für seine Gelehrsamkeit und Frömmigkeit und trug dazu bei, die Lehren seines Meisters Shimon Had Sadik weiterzutragen und zu verbreiten. Empfing die Tradition von Shimon Had Sadik. Er pflegte zu sagen, seid nicht wie Diener, die dem Herrn dienen, um eine Belohnung zu erhalten, auch nicht eine geringe Belohnung, sondern vielmehr wie Diener, die dem Herrn dienen, nicht um eine Belohnung zu erhalten und dennoch soll die Furcht vor dem Himmel auf euch liegen. Zuerst und vor allem erkennen wir, dass Antigonus nicht einfach ein durchschnittlicher Mensch ist. Wenn es heißt, Chasal sagt, dass jedes Mal, wenn jemand wird in der Mishna Avot als Isch erwähnt, er ist die wichtigste Person an diesem Ort. Er war der Führer von Sosho und ein angesehener Gelehrter und er erhielt seine Lehren von Shimon Hadzadik, dem größten Lehrer seiner Zeit, ein Mann von großer Weisheit und Integrität und er pflegte zu sagen, wir lernten, er pflegte zu sagen, bedeutet, dass er danach lebte. Er lehrte und lebte diese Regeln mit ganzem Wesen. Die Gemara sagt, wer lehrt, aber anders handelt, für den wäre es besser, er wäre im Mutterleib erstickt. Diese Worte betonen die Wichtigkeit von Integrität und Aufrichtigkeit und niemals in die Welt kommen. Ein Heuchler zu sein, ist im Judentum nicht akzeptabel und deshalb wäre es für jemanden, der die Tora beachtet, unmöglich, ein guter Politiker zu sein. So sagt Antigonus, dass es hier ein paar wichtige Lektionen gibt. Seid nicht wie Diener, die dem Meister dienen, um eine Belohnung zu erhalten, sondern seid wie Diener, die dem Meister ohne Erwartung einer Gegenleistung dienen. Dies lehrt uns. Er sagt, hört zu, wir alle sind Avadim für Hashem. Wir sind alle Diener von Hashem, ob ihr es mögt oder nicht. Es ist Hashems Welt, nicht eure. Ihr führt nicht das Kommando und entscheidet wirklich nichts. Wir Diener sind in seiner Welt. Du entscheidest nicht, ob du zum Leben erwachst, lebst oder stirbst, männlich oder weiblich, reich oder arm bist. Du entscheidest eigentlich gar nichts, außer ob du Yerad Shammayim haben wirst. Alles kommt von Shammayim vom Himmel, außer der Furcht vor dem Himmel. Das Einzige, was du entscheiden kannst, ist, ob Wirst. Denken Sie zuerst daran, dass dies Hashems Welt ist. Sie können ihm auf zwei Arten dienen, nur wegen einer Belohnung oder nicht wegen der Belohnung. Er sagt, sie können ihm dienen, nicht wegen der Belohnung, sondern aus reiner Hingabe. Natürlich ist es nicht falsch, Hashem zu dienen, weil wir belohnt werden. Es ist eine persönliche Entscheidung, wie dass es zehn Segnungen vor den Flüchen gibt. Es gibt zehn Verse der Segnungen, all diese verschiedenen Segnungen, die jemand erhalten wird, der Hashem dient. Sie werden Kinder haben, sie werden Reichtum haben, ihre Feinde werden sterben und so weiter. Verschiedene Arten von Segnungen, die jemand für den Dienst an Hashem erhalten wird. Aber bevor wir darauf eingehen, lassen Sie entwickeln, was ein wahres Verständnis ihrer Position in der Welt wirklich bedeutet. Der Schafetz Scheim wurde einmal dabei belauscht, wie er einen Sheshbon Nefesh, eine Abrechnung mit Gott machte. Einer der Schüler hörte ihn und er sagte, lieber Gott, lass uns berechnen, was hast du für mich getan und was habe ich für dich getan. Lass uns darüber nachdenken, was unsere wahre Rolle Ihr habt mir das Privileg gegeben, das sehr berühmte Buch Mishnah Berura, den Schafetz Chaim, die Shemirat Halashon, die Likutai Halachot und viele, viele andere Sefarim zu schreiben. Die Bücher des Schafetz Chaim sind lebensverändernd. Und was habe ich für dich getan? Nichts. Bitte, lieber Gott, gib mir die Gelegenheit, etwas für dich zu tun. Wenn wir einen Chidush schreiben oder nur aufschreiben, was der Rabbi im Schiur gesagt hat, denken wir schon, wir hätten etwas Großes geleistet. Oder wir erinnern uns einfach daran, hören einen Schiur Tora an und meinen, wir seien Tzadikim, wir sagen zu Hashem, schau, was ich für dich getan habe, dabei haben wir kaum etwas Bemerkenswertes vollbracht. Ich habe einem Schiur Tora zugehört, ein Buch geöffnet und 15 Minuten gelernt. Für dich Hashem, das ist der Unterschied, der Schofetz Scheim schrieb Bücher, die Leben, Schicksale und die Ewigkeit verändern, doch er sagt in seiner Bescheidenheit, all das war für mich, ich habe profitiert, nicht Hashem, seine Worte lehren uns Demut. Alles, was ich tat, hat Hashem für mich getan. Er gab mir die Einsicht, Ideen und Fähigkeiten, diese Bücher zu schreiben. Er gab mir den Körper, die Augen, die Hand, das Gehirn und die Neshamah, um zu funktionieren. All das hat Hashem für mich getan, nicht ich für ihn. Ich habe nur davon profitiert, während er keinen Vorteil daraus zog. In Wahrheit bin ich nur ein Instrument seiner göttlichen Weisheit und Güte. Hashem ist vollkommen. Dies ist eine heilige Neshamah, die heilige Gedanken hat. Dies ist Da'at Torah. Dies ist die Denkweise der Torah. Wenn wir das Leben auf diese Weise betrachten, sehen wir, dass unsere Sichtweise ein wenig falsch ist. Die Menschen fragen mich ständig, Rebbe, wie kann ich mich verbessern? Wie kann ich Hashem näher kommen? Wann wird Hashem dies für mich regeln? Das Geschäft abschließen? Mir helfen, einen Zivuk zu finden? Mehr Parnassah geben? Kinder schenken? Mir dies oder das geben? Wann wird Hashem mir endlich geben? Sie haben ein Missverständnis über die Beziehung, ein grundlegendes sogar, wenn ich das so sagen darf. Denn erstens müssen wir verstehen, Hashem schuldet uns nichts. Sie schätzen überhaupt nicht, was sie bereits haben und sind blind für ihre Segnungen. Wenn du fragst, wann wird er mir geben, zeigst du, dass nichts genug ist. Weder Augen, Ohren, Luft, Essen, Partner noch Job sind ausreichend. Du bist mit allem unzufrieden. folglich gibt dir Hashem nicht genug. Schlimmer noch, du verhältst dich, als ob er in deiner Schuld stünde. Sie betrachten die Welt falsch, denkend. Hashem schulde ihnen etwas. Eine gefährliche Einstellung. Die Mischna beginnt mit einem äußerst wichtigen Wort. Sie sind Avadim, Diener von Hashem. Sie sind hier, um ihm zu dienen, nicht umgekehrt. Ein entscheidendes Konzept. Erinnern sie sich stets daran und handeln sie entsprechend. Den Geisteszustand müssen wir erreichen. Es braucht Zeit, aber man muss es beständig trainieren. Wenn du Hashem um etwas bitten willst, sei es Parnassah, Zivuk oder irgendetwas anderes, hier ein wichtiger Vorschlag. Erinnert euch, ich sagte schon einmal, es könnte in diesem oder einem anderen Schior eine gute Idee sein, darüber nachzudenken. Um Segen zu erhalten und sich mit Hashem zu verbinden, nehmen sie sich täglich Zeit, um ihm zu danken. Eine Minute, 30 Sekunden oder fünf Minuten reichen aus. Danken sie für etwas oder viele Dinge. Es ist ratsam, zuerst Danke zu sagen, bevor sie Hashem um etwas bitten. Dies hilft, eine tiefere Verbindung aufzubauen und Segen zu empfangen. Warum? Stellen sie sich vor, ein Vater hat zwei Söhne. Einer liebt und schätzt ihn sehr, der andere ist weniger dankbar und aufmerksam. Wem möchte der Vater wohl mehr geben? Es ist eine einfache, aber tiefgründige Frage. Eine Frage, die uns zum Nachdenken bringt über unsere Beziehung zu Hashem. Danke aber für alles, was du mir gibst. Leider denkt unsere Generation oft, das war's, mehr nicht. Undankbarkeit entfernt uns von Zufriedenheit und Hashem. Wir müssen lernen, das Vorhandene zu schätzen, statt mehr zu fordern. Nur so finden wir Erfüllung und Frieden. Es ist wichtig, täglich innezuhalten und Hashem für die kleinen Dinge zu danken. Dankbarkeit stärkt unsere Verbindung zu ihm und öffnet uns für seine Segnungen. Sie geben ihnen Gehalt, Geschenke, alles Mögliche. Oh, das ist alles? Es ist eine ständige Enttäuschung. Haben Sie jemals jemanden aus dieser Generation getroffen, der nicht ständig enttäuscht ist? Sie bekommen ein Auto? Oh, das ist alles. Was meinen Sie damit? Es ist ein brandneues Auto. Ein Auto. Ich habe tatsächlich einmal ein Video gesehen. Es ist wirklich so, als wäre es unfassbar. Ein Video zeigt Mittelklasse Eltern, die ihrem 17- oder 18-jährigen Kind ein Auto gekauft haben. Obwohl der Teenager gerade erst zu fahren beginnt, haben sie ihm ein Auto geschenkt. Ein beachtliches Geschenk für einen so jungen Fahrer. Die Reaktion des Jugendlichen war überraschend. Kluge Eltern kaufen ihrem Kind kein neues Auto. Es wäre eine pure Verschwendung, denn es wird ganz sicher ruiniert werden. Selbst wenn man reich ist, gibt es wirklich keinen vernünftigen Grund dafür. Das Kind kann schließlich noch gar nicht richtig fahren. Kaufen sie stattdessen ein einfaches gebrauchtes Auto. Es muss nicht unbedingt dreiräderig sein, aber es sollte unkompliziert und robust sein. Am Ende entscheiden sie sich dann für ein gebrauchtes Standard Auto, das seinen Zweck erfüllt. Er sieht das Auto und fängt an, seine Eltern anzuschreien und zu verfluchen. Dann nimmt er, ich weiß nicht, irgendeinen Besen oder etwas ähnliches und beginnt das Auto zu zerschlagen, während er schreit, dass dies nicht das Auto ist, das er wollte. Er wollte ein brandneues Auto, kein gebrauchtes. Das ist leider typisch für sind, verhalten wir uns auch so undankbar. Hashem gibt uns alles, doch wir vergessen es. Wir wollen nicht, was er uns gab. Wir zerstören es. Nein, Hashem, ich will das andere. Ich hab dir eine Frau gegeben, doch ich will die jüngere mit längerem Haar. Ich gab dir Kinder, doch ich will sie nicht mehr. Stattdessen will ich einen Hund. Ich habe dir eine Aufgabe gegeben, aber ich will Millionär sein. Ich bin es noch nicht. Du bist es, aber ich will wie Bill Gates sein. Alles, was er uns gibt, ist nie genug. Das ist menschliche Natur. Der böse Trieb will immer mehr. Die Gemara sagt, gib einem Mann 100, er will 200. Gib ihm 200, er will 400. Er wird nie genug haben. Es sei denn, er erkennt wirklich, woher es kommt. Und was ist der Sinn von all dem? Wenn er eine Verbindung zu Hashem hat, dann kann er dieses Verlangen kontrollieren. Aber es erfordert Arbeit. Wenn jemand sein Verlangen nach materiellem nicht kontrollieren will, wird er niemals genug haben. Er wird immer unerfüllt bleiben. Also das Erste und wichtigste, was man verstehen muss, ist das Wenn. Wir gewöhnen uns, zuerst Hashem zu danken, dann zu bitten. Bitten sie, aber danken sie zuerst. Seien sie dankbar für das, was sie haben. Als besserer Diener erkennen sie die Reihenfolge und wissen, wer an erster Stelle steht. Sie erkennen die Struktur. Hashem erinnert sie, sie sind bereits gesegnet. Schätzen sie die empfangenen Gaben und seien sie zufrieden. Doch der menschliche Geist strebt oft nach mehr. Ja, es heißt, dass es viele Segnungen geben wird, wie es in Parashat Betchukotay und auch in Parashat Kitavo steht. Es gibt viele, viele Segnungen, die die Menschheit für das Dienen von Hashem erhält. Aber er sagt, sei nicht einer dieser Menschen, die nur nach materiellen Segnungen streben. Man sollte vielmehr nach einer tieferen Verbindung zu Hashem suchen. Diene Hashem ohne Belohnungserwartung, ein sehr hohes Niveau des Dienens. Warum dann Gottes Furcht? Er lehrt uns, strebe nach dem Höchsten, aber vergiss die Furcht nicht. Es ist ein Prozess des Wachstums, von der Furcht zur Liebe. Beide sind wichtig für deine Beziehung mit Hashem. Beginne mit Ehrfurcht, strebe dann zur Liebe und zum selbstlosen Dienen. Dies ist der Weg zur Vollkommenheit im Dienst an Hashem. Man sollte wirklich idealerweise Hashem dienen wie Avraham Avinu, wie Yitschak Avinu, wie Jakov Avinu, wie Moshe Rabbeinu, wie Aharon Hakohen, wie David Hamelech, wie diese großen außergewöhnlichen Vorväter, die wir haben, diese vollkommenen Menschen. Ihr Beispiel sollte uns als Vorbild dienen und uns inspirieren, in unserem täglichen Leben nach Vollkommenheit zu streben. Er wollte sich nur mit Hashem verbinden. Ioff sagt, selbst wenn Hashem mich töten würde, würde ich ihm dienen. Die Gemara erwähnt eine Machloket unter den Weisen über die Art des Gottesdienstes. Es gibt Ansichten, ob dies zeigt die Komplexität des Dienstes und die verschiedenen Wege, sich Hashem zu nähern. Diente Ioff Hashem rein aus Furcht oder rein aus Liebe? Wenn es Furcht war, dann war es die höchste Stufe der Furcht. Wenn es Liebe war, dann war es auch eine hohe Stufe der Liebe. Warum die höchste Stufe der Furcht? Weil die höchste Stufe der Furcht vor Hashem die Furcht vor einer Trennung ist, nicht die Furcht vor Bestrafung. Furcht vor Bestrafung ist die niedrigste Stufe des Dienens Hashem. Man erfüllt mit Wort aus Angst vor Konsequenzen wie Geldverlust, Scheidung oder Gehinnung. Man befolgt die Gebote, um negative Erfahrungen zu vermeiden. Diese Motivation basiert auf Furcht, nicht auf Liebe zu Es ist gut und respektabel, besonders für diese Generation, aber dennoch die niedrigste. Die höchste Stufe der Ehrfurcht vor Hashem gleicht einer guten Beziehung. In einer gesunden Ehe schreien oder hassen sich die Partner nicht, sondern kommunizieren. Der Grund dafür ist, selbst wenn einer den anderen verärgert, sie werden sich nicht so verhalten, dass zum Beispiel die Ehefrau nicht auf eine bestimmte Weise mit dem Ehemann spricht oder der Ehemann nicht auf eine bestimmte Weise mit der Ehefrau spricht, nicht weil sie Angst haben, dass der andere sie schlagen wird. Wenn man Angst hat, dass der andere einen schlagen wird, dann ist das keine gesunde Beziehung. Wir sprechen von einer gesunden Beziehung. Der Grund, warum sie den anderen nicht beleidigen ist, weil sie Angst haben, dass diese Beleidigung wenn ich meine Frau beleidige, spricht sie nicht mit mir. Das ist unerträglich und ruiniert meinen Tag. Deshalb werde ich sie nicht beleidigen. Der Ehemann wird die Frau nicht beleidigen und umgekehrt aus diesem Grund. Es ist keine Angst vor physischer Strafe, sondern vor den emotionalen Folgen. Diese Trennung möchte man vermeiden, um die Beziehung zu schützen. Wie die niedrigste Ebene des Dienens von Hashem, sondern eher eine Angst vor einer Trennung, vor einer Verletzung der Beziehung. Das ist also auch das höchste Niveau von Yerad Hashem, wo Avraham Avinu bereit war, seinen Sohn zu opfern, nicht weil er eine Belohnung von Hashem erwartete, hey, hör zu, du bist ein Avinu. Deine Nachkommen werden wie die Sterne des Himmels und zahlreich wie der Sand sein und so weiter und so fort. Nein, du hast das alles nicht erwartet. Er war bereit, seinen Sohn zu opfern, weil das war, was Hashem verlangte oder was er verstand, das Hashem verlangte und er wollte alles tun, was er nur konnte, um mit Hashem verbunden zu sein. Es spielte keine Rolle, was es war, ob es ein Opfer gab, schwer war oder Sinn machte. Nichts spielte eine Rolle. Er liebte Hashem so sehr, dass er alles dienst, tue es wie Avraham Avinu, der bereit war, alles für seine Liebe zu Hashem zu opfern, ohne Zögern und mit vollkommener Hingabe. Diese Art des Dienens zeigt die tiefste Verbundenheit mit dem Göttlichen. Diene ihm, wie Avraham Avinu, ohne jegliche Belohnung zu erwarten. Das ist wahrlich die höchste Stufe des Dienstes. Selbst wenn er dich töten würde, würdest du ihm Warum? Weil es die ideale, die vollkommenste Stufe ist. Es ist vergleichbar mit einem Vater, der zwei Söhne hat und sie unterschiedlich behandelt. Und einer von ihnen liebt den Vater wirklich sehr. Jedes Mal, wenn der Vater auch nur andeutet, dass er etwas möchte, geht das Kind sofort und holt es. Der Vater möchte einen Kaffee, er läuft und holt ihm einen Kaffee. Der Vater möchte, dass jemand Milch holt, er läuft und holt Milch. Der Vater möchte ein Buch oder eine Zeitung oder dies oder das, er läuft und erledigt alles sofort. Der andere Sohn Der Sohn mag den Vater nicht wirklich. Der Vater sagt traurig, ich sehe ihn nicht. Er macht mir keinen Kaffee, wenn ich ihn darum bitte schissen. Er bietet dem Sohn fünf Dollar an, wenn er ihm Kaffee holt. Der Sohn stimmt sofort zu, läuft los, holt den Kaffee und sagt, danke, ich liebe dich, Abba. Aber in Wahrheit liebt er nicht wirklich Abba, sondern nur die fünf Dollar, die er dafür bekommt. Abba verlangt stets Bezahlung. Bei der Erbverteilung wird der Vater überlegen, gebe ich es dem, der mich bei jeder Bitte ausnimmt, jeder Kaffee kostete fünf Dollar, oder dem Kind, das mich aufrichtig liebt und schätzt, eine schwierige Entscheidung. Der Vater muss abwägen, wer seine Zuneigung und sein Vertrauen verdient hat. Jede Fahrt kostete 20 Dollar, alles hatte einen Preis, außer Liebestaten. Wem gebe ich mein Erbe, dem Bezahlten oder dem der aus Liebe half. Ich liebe meinen Sohn, aber er tat es für Geld, wer ohne Bezahlung half, verdient mehr. Das unterscheidet Menschen, die für Belohnung handeln, von denen, die aus Zuneigung helfen. Eine schwierige, aber wichtige Entscheidung. Antigonus sagt, tue alles bestmöglich, ohne Kompromisse, strebe danach, wie Avraham, Avinu, Moshe Rabbeinu und Noach zu sein, Vorbilder der Tugend. Noach war gerecht, vollkommen und mit Hashem innig verbunden. Er war der größte seiner Zeit, ein Leuchtturm der Moral. Strebe stets nach dem Höchsten, in jedem Aspekt deines Lebens. Gib in allem dein Bestes, ohne Ausnahme. Sie gehen zur Arbeit, um Multimillionär zu werden, nicht für ein einfaches Leben. Jeder glaubt, seine Idee sei die nächste Microsoft oder Google, das treibt sie täglich an. Napoleon wollte, dass seine Soldaten Kommandeure werden wollen, um sie zu motivieren. Ebenso treibt der Traum vom Erfolg die Menschen an, hart zu arbeiten und nach Größe zu streben. Die Hoffnung auf Reichtum und Anerkennung ist der Treibstoff unserer modernen Arbeitswelt. Jeder Soldat, der nicht Kommandant sein will, ist kein guter Soldat. Du hast die Möglichkeit, der Größte, der Größten zu sein. Antigonus sagt dir, ich habe von meinem Raph, Shimon Hatzadik, dem Größten seiner Generation gelernt. Er war ein Mann von außergewöhnlicher Weisheit, stets umgeben von Propheten. Sogar Alexander der Große kniete vor ihm nieder. Das zeigt dir, welche Höhen erreichbar sind. Alexander der Große, der Mann, der die ganze Welt eroberte, verneigte sich vor ihm auf allen Vieren. Ich habe etwas Erstaunliches von ihm gelernt. Er sagt dir, wenn du Hashem dienen willst, dann geh auf das Ganze und diene ihm aus vollkommener Liebe. Tu es nicht für eine Auszeichnung, sondern weil es richtig ist. Arbeite an deinen Middot und daran, nicht wütend zu sein. Es gibt nie, wirklich nie einen Grund für Wut. Der einzige Grund ist Ga'a wahr, stolz. Du denkst, die Welt muss nach deiner Pfeife tanzen und wenn nicht, bist du wütend. Erkenne, dass dies falsch ist. Arbeite stattdessen daran, dich selbst zu verbessern. Die Gemara bezeichnet das als Götzendienst. Du machst dich zu Avodad Zara, indem du denkst, die Welt sollte nach deinem Takt laufen. Dies macht dich zu einem Minigott, was problematisch ist. Wer sich so verhält, hat keinen Anteil an der kommenden Welt. Jemand, der das versteht, erkennt, Wut ist gefährlich. Ich muss mich bessern. Ich muss wirklich an meiner Wut arbeiten. Warum werde ich wütend, wenn das Baby weint oder meine Frau mich mitten in der Nacht weckt? Warum ärgern mich bestimmte Ereignisse so sehr? Jeder Mensch hat seine Eigenheiten, die ihn stören können. Es gibt so viele Dinge im Leben, die uns verärgern können. Aber die entscheidende Frage ist doch, warum lassen wir uns davon so stark beeinflussen? Es ist unbegreiflich, wie große Dinge keine Rolle spielen, aber kleine Dinge dich dazu bringen, die Welt zerstören zu wollen, wie Haschem zur Zeit von Noach. Ich sage dir persönlich, vor der Tora, wäre ich Gott, würde ich die Welt täglich zerstören wollen. Jeden Tag würde ich mich über Kleinigkeiten so aufregen, dass ich alles vernichten wollen würde. Dieser Mann kam zu spät. Herr, Sie haben heute eine Million verdient, das ist mir egal. Aber ein Angestellter kam sechs Minuten zu spät. Was kümmert Sie das? Meine Welt hat sich verändert. Sie haben Geld verdient, egal. Der Punkt ist, ohne echten Lebenszweck macht man kleine dumme Dinge zum Zweck. Wer Hashem dienen und das höchste Niveau erreichen möchte, muss wissen, es gibt einen Weg dorthin. Man muss an seinen Middot und Charaktereigenschaften arbeiten. Das ist der Grund für diese Serie. Aber von Anfang an sagt er, die Torah meint nicht, dass sie etwas nicht tun können. Die Tora wird ihnen niemals sagen, dass sie nicht die rechtschaffendste Person ihrer Generation sein können. Die Tora wird ihnen niemals sagen, dass sie nicht ein Talmid sein können. Die Tora wird ihnen niemals sagen, dass sie nichts tun können, um das größte Ulam Haber zu erreichen. Die Tora beginnt mit den ersten drei Mishnah und der Mishnah, was von zentraler Bedeutung ist. Die Mishnah lehrt, wenn sie Hashem dienen wollen, seien sie wie Avraham Avinu, Noach und Mosche. Streben sie nach wahrer Größe. Geben sie sich nicht mit weniger zufrieden. Machen sie alles, besonders das Anlegen der Tefillin, mit voller und gesegnet. Mach auch das Gebet, nicht nur die Tefillin. Warum nur das Gebet? Handle entsprechend. Sei ein wandelnder Sefer Tora. Lerne auch etwas Tora. Warum nur Tora lernen? Erfülle sie auch. Tu, was in der Tora steht. Warum die Tora nur im Privaten erfüllen? Tue es in der Öffentlichkeit. Zeige den Es ist wahrlich großartig ein Jude zu sein. Warum bist du stolz darauf und möchtest dafür sterben? Geh aufs Ganze. Begnüge dich nicht mit halber Bescheidenheit. Frauen fragen manchmal, ist das bescheiden und schicken Bilder von Kleidung. Wenn du fragst, ob es bescheiden ist, erkennst du, dass es ein Problem gibt. Strebe stattdessen nach der höchsten Form von Bescheidenheit und Wenn du fragst, ist es nicht bescheiden. Du möchtest es tun, aber willst Bestätigung, dass es in Ordnung ist. Du willst, dass ich es bestätige und stattdessen nach Gehinnum gehe. Niemand will für andere nach Gehinnum. Warum soll ich dafür unterschreiben? Du weißt, ob ist das ein koscherer Deal? Sie schließen einen nicht koscheren Vertrag ab, weder rechtlich noch ethisch. Sie fragen mich, obwohl sie wissen, dass es nicht koscher ist. Ich sage nicht, dass sie keine Fragen stellen sollen. Fragen sie ruhig, so lernt man. Meistens kennen sie jedoch die Antwort. Ihr Gewissen weiß es. Warum? Weil ihre Neshama dieselbe Torah studiert hat wie ich, auch Sie wissen, was richtig und falsch ist. Jeder weiß, was richtig und falsch ist. Also das Erste, was sie sich fragen müssen, ist, bin ich wirklich aufrichtig oder täusche ich mich selbst? Wenn sie es schon tun werden, dann tun sie es zu 100% und ich werde ihnen etwas geben, das sie auch im Geschäftsleben umsetzen können. Aftil von Hashem. Dies ist weltliches Material, aber Erkenntnis, viele Fragen nach Geschäftsideen und unserem Erfolgsrezept. Ich sage ihnen, diese Mischna ist der Schlüssel zum Erfolg, obwohl ich sie früher nicht kannte. Es ist erstaunlich, wie viel Weisheit diese alten Lehren enthalten und wie relevant sie heute noch sind. Diese Mischna war ein Geheimnis unseres Erfolgs. Sie lehrt uns eine wichtige Lektion. Wenn du Hashem ohne Erwartung einer Belohnung dienst, wirst du am Ende noch mehr belohnt werden. Der Schlüssel liegt darin, ihm zu dienen, weil es das Richtige ist und du ihn wirklich liebst, nicht etwa wegen einer möglichen Belohnung. Das ist wahre Hingabe. Abraham Avinu hat offenbar eine höhere Belohnung als jeder andere. Warum ist das so? Er diente Hashem nicht für Belohnung. Das war nie sein Ziel. Seinen geliebten Sohn legte er nicht für ein prächtiges Herrenhaus auf den Altar, sondern aus reinem Glauben. Yitzchak sagte nicht zu Abba zieh es fester an, weil er sagte, ich kann es kaum erwarten, dass mein Abba mich tötet, weil ich ein großes Lotterielos im Schamayim bekomme. Das hat er nicht gesagt. Kein Vers sagt das, nicht einmal ein Midrash sagt das. Jakob diente nicht Hashem, um alle seine Söhne zu Tzadikim zu machen oder am Yisrael zu gründen. Er wurde nicht Yisrael genannt, weil er auf Olam Haber wartete. Nein, seine Motivation war reiner. Moshe wollte den Job auch nicht. Er zögerte sogar. Er sagte demütig, ich bin nicht gut genug für diesen großartigen Job, den du mir geben willst. Bitte wähle jemand anderen. Wer bin ich? Ich bin nichts weniger als nichts. David Hamelech wollte nicht König sein. Er sagte, ich bin ein Wurm und kein Mensch. Diese außergewöhnlichen Menschen lehren uns etwas sehr Wichtiges über das Geschäft. Uneigennütziger Dienst an Hashem bringt oft größere Belohnung. In der Geschäftswelt ist kostenloses Angebot erfolgreich, um Kunden zu gewinnen. Geben ohne Erwartung zeigt erstaunliche Ergebnisse. Handeln aus Überzeugung ohne sofortige Vorteile zu erwarten führt zu tieferen Beziehungen im spirituellen und geschäftlichen Bereich. Selbstloses Dienen und Geben bewirkt im Glauben und Geschäftsleben Positives. Wenn du jemanden mit einem Smartphone siehst, verstehst du es nicht, weil du sie nicht magst. Aber du erkennst Anwendungen. Ich muss dich damit aufziehen. Irgendwann brauchst du Oh, ein Tablet? Dann bist du schon ein Talmid. Es ist okay. Du hast also Apps, richtig? 99% davon sind kostenlos. Es ist erstaunlich, wie viel Technologie uns heute zur Verfügung steht und wie einfach der Zugang dazu ist. Sie erhalten die App kostenlos? Doch nach einiger Zeit fragen sie nach dem Kauf der Vollversion. Warum? Sie möchten sie durch einen Vorgeschmack überzeugen. Oft ist die kostenlose Version so gut, dass man freiwillig bezahlen möchte. Mir passierte das. Die App war so überzeugend, dass ich trotz Kostenlosigkeit die Premium Version suchte, in der Hoffnung auf Verbesserungen. Ab und zu passiert es. Ich zeige gerne Wertschätzung für Gutes. Das haben wir an der Wall Street so gemacht. Ich bot Kunden kostenlos verschiedene Dinge an. Eine gründliche Analyse ihrer anderen Konten, eine zweite Meinung zu ihrem Geschäft und diverse nützliche Dienstleistungen, für die andere Berater normalerweise eine außerordentlich hohe Summe Geld verlangen würden. Manchmal klappte es gut, manchmal nicht. Einige waren undankbar und brachten mich zum Zweifeln. Doch meist basierte unser Erfolg darauf, dass die Menschen unsere Aufrichtigkeit erkannten. Sie sahen mein echtes Interesse an ihrem Leben und Geschäft. Oft führte ich lange Gespräche, die nichts mit dem Geschäft zu tun hatten. Die Leute merkten, dass es mir wichtig war, was bei ihnen vorging. Sie fragten nach Lebensberatung, Ratschlägen für Kinder, Geschäfte und Mitarbeiter. Themen, die nichts mit dem Aktienmarkt zu tun hatten, meinem eigentlichen Beruf. Meine Aufgabe war es doch eigentlich, ihr Geld zu investieren, aber stattdessen führten wir stundenlange Gespräche über völlig irrelevante Dinge. Und genau das machte am Ende den Unterschied aus. Dieses Gespräch, dieser Ausdruck von Fürsorge dient keiner Belohnung. Wenn ich stundenlang mit jemandem sein Unternehmen analysiere, werde ich nicht bezahlt. Ob er verkauft oder nicht, beeinflusst mein Leben nicht. Wenn ich sein Unternehmen bewerte, was viel Arbeit sein kann, gebe ich ihm eine Analyse, für die andere zehntausende Dollar verlangen. Heute würde ich ein paar tausend Dollar pro Stunde berechnen, um echten Wert zu bieten. Früher habe ich es kostenlos gemacht. Warum? Haste ich Geld? Nein, ich warum tat ich es kostenlos? Ich bot ihm eine Dienstleistung, die 10.000, 15.000 wert war, wie die Analyse seiner Geschäfte oder seines Portfolios, völlig kostenlos, ohne Erwartung einer Gegenleistung. Er erbte ein anderes Geschäft und sagte, dieser nette Kerl analysierte mein Geschäft, wofür andere 10.000, 15.000 Dollar verlangen würden. Ich gebe ihm mehr Arbeit, so schickte er mir mehr Geld. Die Transaktion wäre 50.000, 60.000 Dollar. Ich erbrachte einen 10.000, 15.000 Dollar Service kostenlos. Am Ende schickte er mir ein paar Millionen Dollar. So investierte ich und so erreichten die Menschen einen Punkt, an dem sie mir jeden Monat zwischen 2 und 10 Millionen Dollar an neuem Geld schickten, um es in das Geschäft zu investieren, was in diesem Geschäft eine beträchtliche Summe ist, wie ich immer sage, alles was gut ist, muss eine Quelle in der Tora haben. Also dieser kleine Geistesblitz, den nicht wegen der Belohnung. Nun, die Frage ist, ob du geduldig genug bist, um auf die wahre Belohnung zu warten. Es ist zweifellos herausfordernd, aber ungemein lohnend. Wenn du dich wirklich bereit fühlst und den Mut dazu hast, handle jetzt entschlossen und ohne zu zögern. Warum erwähnt Parashat Bechukotai in Kitavo, das im Leviticus Kapitel 26, Vers 4 und Deuteronomium 11, Vers 13 steht, und jeder Abschnitt enthält jeweils 10 und 13 Verse materieller Segnungen? Warum erwähnt Hashem dies an diesen beiden Stellen in der Tora? Es scheint, als ob diese Wiederholung eine besondere Bedeutung haben könnte. Vielleicht möchte uns die Tora damit etwas Wichtiges lehren. Warum erwähnt er all diese Segnungen, die wir erhalten werden? Geld, Kinder, Sieg über wenn wir von einem der größten Weisen lernen, dass man Hashem idealerweise nicht wegen der Belohnung dienen sollte. Warum erwähnt er es dann? Es scheint widersprüchlich, aber vielleicht gibt es einen tieferen Grund dahinter. Könnte es sein, dass diese Erwähnung einen anderen Zweck erfüllt? Nein, Fidel, was denkst du? Warum erwähnt die Tora diese Belohnungen, wenn man nicht danach suchen sollte? Ich wusste es nicht, bis ich dieses Sefer studierte. Faszinierend, wie tief die Weisheit der Tora reicht. Ich gebe dir Kavod, du weißt in vielen Bereichen mehr als ich. Nein, nicht wirklich. Wichtig ist, dass wir voneinander lernen und gemeinsam wachsen. Der Rambam, Ramban, sagt in Hilchot Teshuva 9.1, etwas wirklich Bahnbrechendes. Alle Belohnungen dieser Welt, alle in der Tora erwähnten Segnungen, sind in Wahrheit nur Mittel zum Zweck, nicht das eigentliche Ziel unseres Dienstes für Hashem. Dies ist eine tiefgründige Einsicht, die unser Verständnis von göttlichem Dienst grundlegend verändert. Es lehrt uns, dass der wahre Lohn jenseits materieller Dinge liegt. Das Material, das Geld, das Gebäude, die Frau, die Kinder, all dies sind nicht eine wahre Belohnung für die Mitzvot, sondern Gottes Zusicherung, dass die nötigen physischen Bedingungen zur Erfüllung der Gebote bereitgestellt werden. Es ist göttlich Unterstützung auf unserer spirituellen Reise und eine Ermutigung, unsere höhere Bestimmung zu erfüllen. Ein Zeichen der Fürsorge Gottes, damit wir uns ganz auf unsere spirituelle Entwicklung konzentrieren können. Damit der Gett noch mehr dienen und im Jenseits eine größere Belohnung verdienen kann. Das bedeutet, man erfüllt eine Mitzvah, man gibt Maasa, gibt 10%. Es ist ein Weg der Heiligung und des spirituellen Wachstums. Durch diese Handlungen nähern wir uns Gett an und reinigen unsere Seele. Du gibst es für Tzikui Harabim, Kiruf und Talmidei Chachamim zum Tora lernen. Du handelst effektiv. Hashem verspricht, ich werde dich reich machen. Er sagt, Aser Teaser. Er macht dich nicht reich als Belohnung für dein Maase. Die Belohnung ist im Olam Haber. Das Ergebnis deiner guten Taten bringt dir die Belohnung im Jenseits. Warum macht er dich reich? Laut Rambam und Tora, um dir mehr Möglichkeiten für Mitzvot zu geben. Weil du eine Mitzvah gemacht und seinen Geboten gefolgt bist, gibt er dir die Chance für weitere gute Werke. Es heißt, jede Mitzvah führt zu einer anderen Mitzvah. Hashem sagt, du hast eine Mitzvah erfüllt? Lass mich dir eine weitere Gelegenheit geben. Du gibst Tzedakah, also gebe ich dir mehr Geld dafür. Du hast geheiratet? Ich gebe dir Kinder, damit du mehr Mitzvot hast. So belohne ich deine guten Taten und ermögliche dir weiter zu wachsen. Du hattest ein Kind in der Jeschiva. Ich gebe dir mehr Kinder für die Jeschiva, eine größere Familie. Dein Geschäft werde ich bekannt und erfolgreich machen, damit du nicht nur Tzedakah geben, sondern auch zeigen kannst, wie ein wahrhaft frommer Jude Geschäfte führt. Der materielle Lohn hier auf Erden ist nur Bubkes, nichts im Vergleich zum ewigen Lohn, der dich in Olam Haber erwartet. Aber er gibt es dir nur in dieser Parsha. Er sagt es in der Tora. Er wird dir dieses Material nur geben, um dir die Möglichkeit zu geben, mehr Mitzvot zu machen, um dir die Gelegenheit zu geben, noch mehr für die wirkliche Welt zu tun. Dies, wenn man wirklich darüber nachdenkt, ist die ultimative Definition der Gnade von Hashem. Wenn man darüber nachdenkt, schuldet Hashem uns nichts. Wir schulden ihm alles. Wie der Chofetz Chaim sagte, ich habe all diese Bücher geschrieben, all diese Dinge getan, aber du hast es getan. Du hast mir erlaubt, es zu tun, mir die Einsicht gegeben. In Wirklichkeit hast du alles getan. Hashem schuldet uns nichts. Alles haben wir rein von ihm. Wir geben ihm nichts. Er sagt, je mehr du von dem tust, was befohlen ist, desto mehr Gelegenheiten erhältst du. Zedakah geben, Tefilin legen, Hashem dienen und Schabbat halten sind Pflichten, keine Optionen. Mit jeder erfüllten Mitzvah bekommst du mehr Chancen, Gutes zu tun und dich spirituell weiterzuentwickeln. Der Weg zu einem erfüllten jüdischen Leben. Je mehr du die Tora lernst, desto mehr Einsichten werde ich dir geben, die du in der Tora finden wirst, die dich dazu bringen werden, noch mehr Tora lernen zu wollen. Je mehr Mitzvot du machst, desto mehr Gelegenheiten werde ich dir geben, noch mehr Mitzvot zu machen. Das bedeutet, je mehr du Dinge tust, die dir eine Belohnung einbringen, die ewig ist. Je mehr Gelegenheiten ich dir gebe, desto größer wird die Belohnung sein. In Schamayim sollst du nicht nur ein Millionär sein, sondern ein Billionär. Wenn du danach strebst, ein Millionär zu werden, will ich noch viel mehr für dich erreichen. Das mein Freund ist die ultimative und wahrhaftig größte Belohnung. Die Belohnung ist offensichtlich das, was in Schamayim passiert. Aber die eigentliche Belohnung hier ist nicht das Geld, das er dir gibt, sondern die Fähigkeit, mit diesem Geld etwas zu tun. Die Fähigkeit, mit diesem Mitzvot etwas zu tun. Mehr Möglichkeiten, Hashem zu dienen. Mehr Möglichkeiten, wie Avraham Avinu zu sein. Antigonus lehrt unerwartet. Diene Hashem wie Avraham Avinu, selbstlos und ohne Belohnungserwartung. Er will mehr für dich als du selbst, sieht dein Potenzial und möchte, dass du es übertriffst. Diese Hingabe ist die höchste Form der Gottesverehrung. Die Furcht vor dem Himmel sollte auf euch sein. Obwohl es zunächst unpassend scheint, wäre die ideale Reihenfolge Hashem zuerst zu fürchten und dann ihn wie Avraham Avinu zu lieben. Doch hier endet es mit Furcht. Warum? Antigonus vermittelt eine tiefere Botschaft, dient Hashem mit aufrichtiger Ehrfurcht und Hingabe, denn dies ist der Weg zur wahren Liebe und Verbundenheit mit ihm. Gib dein Bestes. Wenn es nicht klappt, verzweifle nicht. Bewahre immer Yirad Shamayim, die Ehrfurcht vor dem Allmächtigen. Du wirst vielleicht kein Avraham Avinu, Moshe Rabenu oder der lokale Tzaddik sein, aber werde niemals ein Koffer. Strebe nach deinen Möglichkeiten und bewahre stets den Respekt vor Hashem. Werden sie kein Heretiker und gründen sie keine neue Reform oder Konservativschule, kein Christentum oder eine messianische Religion. Sie waren nicht Avraham Avinu, das ist klar. Aber zumindest müssen sie Yirad Shamayim haben, die Ehrfurcht vor dem Himmel. Es ist von allergrößter Bedeutung, dass sie diese Gottesfurcht in ihrem Herzen tragen und sie pflegen. Lassen sie nicht zu, dass sie verkümmert oder verschwindet. Die Gemara sagt und auch Masishet Shagigah, dass Hashem die Nation überprüfte und er sagte, er fand keine Middah, keinen Charakterzug, den Am Yisrael besser hat als Armut. Es ist eine tiefgründige Erkenntnis über den Wert der Bescheidenheit und Demut. Diese Lehre zeigt uns, wie wichtig es ist, bescheiden zu bleiben und nicht nach materiellem Reichtum zu streben. Die Gemara enthält erstaunliche, aber beängstigende Geschichten. Gemäß der Weisheit der Gemara ist die beste Eigenschaft von Am Yisrael nach Hashems Prüfung Armut zu ertragen und dabei den Glauben an den Ewigen nicht zu verlieren. Der Chagas Arje erklärt unseren Lebenszweck. Warum sind wir hier? Hast du dir diese Frage je gestellt? Wir haben ein kurzes, kraftvolles Video auf Hebräisch produziert, das bald Untertitel erhält. In drei Minuten vermittelt es eine tiefgründige Botschaft, die zum Nachdenken anregt und Leben verändern kann. Es behandelt die Essenz unseres Daseins und wie wir unsere begrenzte Zeit optimal nutzen sollten. Nur Fragen, keine Antworten. Warum sind wir hier? Was ist der Zweck des Lebens? Haben wir das Recht, eine Kuh für unseren Genuss zu essen? Woher kommen wir und wohin gehen wir nach diesem Dasein? Diese existenziellen Fragen, das Hinterfragen von Sinn und Bestimmung beschäftigen die Menschheit seit jeher auf der Suche nach Antworten. Nun, ich fragte, weil er nicht spricht. Ich stellte mir eine Frage, aber ich weiß nicht, ob sie anders ist. Vielleicht ist sie sogar gleich. Was war der Zweck Gottes bei der Erschaffung des Menschen? Das ist eine Frage, die zu dem passt, was ich sagte. Hatte Gott wirklich im Sinn, den Menschen zu erschaffen? Es ist eine tiefgründige Frage, über die man nachdenken sollte. All diese Sünde geschehen wird. Okay, Hashem ist gut und wollte Gutes schaffen, also schuf er den Menschen, um ihm Gutes zu tun. Was ist also mit dem Verhalten? Gut, aber der Mensch hat die Möglichkeit, gerecht oder böse zu sein. Wenn er gerecht ist, wird er dafür belohnt, dass er gerecht ist. Wenn er böse ist, wird er dafür bestraft, dass er böse ist. Aber der Punkt ist, dass wenn der Mensch nicht erkennt, dass er nur hier ist, weil Hashem ihn geschaffen hat, stellt sich dann die Frage, warum ist er hier? Was ist der Sinn? Richtig, also wenn du keinen Gott hast, wenn du nicht an Gott glaubst, was ist dann der Sinn deines Lebens? Warum bist du hier? Warum bist du in die Welt gekommen? Warum denkst du, dass du das Recht hast zu ein Tier töten und essen, das wie du lebt? Was gibt dir die Autorität dazu? Nur weil du eine Waffe hast? Was berechtigt dich einen Fisch zu töten? Es gibt viele ethische Fragen zur Tötung von Lebewesen. Die Realität zeigt jedoch, Vegetarier und Veganer fragen, was gibt ihnen das Recht, Tiere zu töten? Kühe, Schafe, Lämmer haben Leben, Familien und Gefühle. Welches Recht haben sie, ihnen das Leben zu nehmen? Ist ihr Leben wertvoller? Haben sie je darüber nachgedacht, wie es sich anfühlt, ein Tier zu töten? Wie rechtfertigen sie es, ein fühlendes Wesen nur zum Essen zu töten? Eine Tomate zu essen. Tomaten sind lebendig. Warum essen Vegetarier Pflanzen? Alles hat 150ern zeigten. Was rechtfertigt es, etwas zu essen? Alle Lebensmittel haben Leben. Wie rechtfertigen wir unsere Ernährung, wenn alles Gefühle hat? Ein ethisches Dilemma. Selbst Pflanzen, die wir nicht essen, reagieren auf ihre Umgebung. Was gibt uns das Recht, irgendetwas zu verzehren? Es hat Gefühle. Denken sie, ich verbrenne diese Pflanze, zeigt die Nadelangst. Sie liest ihre Gedanken. Was gibt ihnen das Recht, Bäume zu fällen? Eine große Frage. Besonders ohne Gott. Was macht sie besonders? Was erlaubt ihnen, Leben zu nehmen? Sie sind nur ein Mensch wie andere. Was hebt sie über die Natur? Ihre Intelligenz, Technologie, nur Werkzeuge, nichts Göttliches? Was ist der Sinn deines Lebens? Warum bist du aufgebracht, wenn jemand stirbt? Wenn es keinen Lebenszweck gab, warum stört uns der Tod? Der Zweck des Lebens ist weder Essen noch Heirat. Viele Menschen leben ohne zu heiraten. Du kannst nicht behaupten, dass Essen oder Heirat der Lebenssinn sind, da dies offensichtlich nicht zutrifft. Ein Zweck muss universell für eine Spezies sein. Es kann nicht sein, dass ein Affe zum Baum klettern bestimmt ist, während andere nur Bananen essen sollen. Das würde bedeuten, dass alle außer einem Recht hätten, was nicht logisch wäre. Es muss einen gemeinsamen übergeordneten Zweck für individuellen Zielen oder Ambitionen, die jedes Einzelwesen verfolgen mag. Wenn die Menschheit einen Zweck hat, muss es ein universeller Zweck sein und dann unabhängige Ambitionen. Also, wenn es, wie die Atheisten sagen, keinen Gott gibt, was ist dann der Zweck? Nun, wenn sie sagen, es ist zu heiraten, dann kann es offensichtlich nicht sein, weil viele Menschen nicht heiraten. Wenn sie sagen, es ist Kinder zu haben, die gleiche Antwort ist, dass viele Menschen keine Kinder haben, wenn sie sagen, es ist erfolgreich zu sein, viele Menschen haben keinen Erfolg. Tatsächlich, wie wir in früheren Vorträgen gesagt haben, wenn sie über 300.000 Dollars im Jahr verdienen, gehören sie zu den obersten 1% der Einkommensverdiener im gesamten Universum von 7,6 Milliarden Menschen. 300.000 Dollars ist viel Geld. Reich sind für uns Leute wie Donald Trump oder Hillary Clinton mit Millionen. Das ist echtes Vermögen, nicht 300.000 Dollars. Ein Anwalt mag so viel im Jahr verdienen, aber das macht ihn nicht reich. Wahre Reiche haben unvorstellbare Summen. Reichtum bedeutet für uns mehr als nur ein hohes Jahresgehalt. In New York berechnet jeder 1.000 Dollars pro Stunde, in Florida vielleicht 10% davon. Es kann nicht nur um Geld, Essen oder den Aufbau eines Unternehmens gehen. Diese Dinge enden. Es muss um etwas Tieferes gehen. Wenn ein Unternehmen Pleite geht, bedeutet das nicht, dass es keinen Zweck hatte. Der Sinn des Lebens kann nicht nur in vergänglichen Dingen liegen. Es muss etwas Bedeutenderes sein, das über materielle Ziele hinausgeht. Nicht die ganze Menschheit gehört zu ihrer Gesellschaft. Das ist wahr. Man muss sich fragen, was ist der Zweck des Lebens? Wenn es darum geht, nett zu sein und ein guter Mensch, wie manche Leute sagen, besonders die junge Generation, dann ist der Sinn, gut zu sein und Gutes zu tun. Aber was bedeutet gut genau? Wer bestimmt, was als gut gilt? Gut für dich kann schlecht für mich sein. Du siehst es als gut an, Juden zu töten. Ich hingegen finde es gut, wenn du keine Juden tötest. Dein Gut und mein Gut stehen im direkten Konflikt. Es kann nicht unser Zweck sein, einen universellen Zweck zu verfolgen, denn wir brauchen einen gemeinsamen, von beiden Seiten akzeptierten Zweck, der Frieden und Verständigung fördert. Es können keine Gegensätze sein, die eine Hälfte Gut kann nicht von Menschen nach ihrer Agenda definiert werden, das führt zu Subjektivität und Konflikten. Gut kann nur vom Schöpfer definiert werden, der uns erschuf. Seine Definition ist universell und beständig. So haben wir eine einheitliche Vorstellung von Gut und Böse. Dies ist entscheidend für unser Zusammenleben und unsere moralische Ausrichtung als Menschheit. Hashem kennt den Zweck der Welt und bestimmt Wir folgen den Gesetzen der Tora, die unseren Alltag strukturieren. So erfüllen wir Hashems Willen, finden Sinn und Erfüllung. Dies ist der Weg, den er für uns vorgesehen hat. Das Ziel, Gutes zu tun, ist unerreichbar ohne gültige Definition. Ohne Glauben an einen Schöpfer bleibt dies unmöglich, da Gut und Böse subjektiv sind. Eine einheitliche Definition fehlt, weil jeder Mensch gut anders bestimmt. Nur der Schöpfer selbst kann Gutes definieren. Der Zweck des Lebens Eine wichtige Frage für jeden. Warum weinen wir beim Tod, wenn es keinen Zweck gibt? Atheisten sagen, der Mensch werde zu Erde. Doch warum trauern wir dann? Der Verstorbene hatte angeblich keinen Zweck wie ein nutzloser Hemdknopf. Wir tief in uns der Glaube an einen höheren Sinn und ein Leben nach dem Tod verwurzelt ist. Was war es? Er hat nichts in die Welt gebracht. Warum bist du so aufgebracht? Das ist der Grund, warum Menschen im Hospiz oft religiös werden. Sie erkennen, dass ihr Leben sinnlos war. Ihre Taten erscheinen bedeutungslos. Sie suchen verzweifelt nach etwas, das ihrem Leben Bedeutung verleiht, nach einem Sinn für ihre Existenz. In letzten Momenten wird ihnen die Vergänglichkeit bewusst. Behauptet wurde, dass der Zweck des Lebens sei, ob es ihre Firma, ihre Kinder, ihre Ehe, ihr Erfolg, ihr Ruhm oder ihre Show war. All diese materiellen Dinge sind in Wirklichkeit Wertlos, weil sie nichts davon mitnehmen können, wohin sie als nächstes gehen. Und sie erkennen, dass der Einzige, der wirklich der Schöpfer kennt den Zweck. Sie wussten es, entschieden sich aber nicht zuzuhören und ihren Begierden zu folgen. Sie ignorierten die Wahrheit und folgten stattdessen ihren Gelüsten. Und nicht auf die Quelle hören schafft ein sehr, sehr ernstes Problem. Denn wenn jemand und dies erst zu erkennen, wenn er bereits im Hospiz angekommen ist, wenn es bereits zu spät ist. Es ist eine tragische Erkenntnis, die viele Menschen am Ende ihres Lebens ereilt. Bedürfnisse sind lebenswichtig. Essen, atmen, schlafen, ohne diese können wir nicht existieren. Wünsche wie Autoreisen, Berühmtheit sind nicht lebensnotwendig, machen das Leben aber angenehmer und erfüllter. Sie aber wir streben trotzdem danach, um unser Dasein zu bereichern und unsere Träume zu verwirklichen. Wünsche geben dem Leben Sinn und Motivation. Ich möchte ein schönes Auto, ein großes Haus und viel Geld, so wie viele andere Menschen. Die Leute wollen oft alle möglichen Dinge. Die Realität zeigt jedoch, dass unsere Wünsche keine echten Bedürfnisse sind. Das Problem in der heutigen Generation und in vielen Generationen vor uns, aber insbesondere bei uns, ist, dass wir ständig zwischen Wünschen und Bedürfnissen verwechselt sind. Man sieht ein kleines Kind im Supermarkt weinen, immer, kauf mir das Bonbon, ich brauche es, ich brauche es. Nein, nein, du brauchst es nicht, du willst es. Du brauchst das Bonbon nicht, du willst das Bonbon, du willst das iPhone nicht, du brauchst das iPhone nicht, du willst das iPhone. Es geht darum, zwischen weltlichen Wünschen und Torah Geboten zu unterscheiden. Im Gemara heißt es, Hashem fand nur grenzenlose Geduld bei der Welterschaffung. Dies lehrt uns die tiefgreifende Bedeutung von Selbstbeherrschung, Ausdauer und Geduld. Eigenschaften, die wir unbedingt kultivieren sollten, um wahrhaftig nach den Lehren der Torah zu leben und uns spirituell weiter zu entwickeln. Eine Charaktereigenschaft besser als Armut in Am Yisrael. Shazal lehren uns, Hashem möchte, dass wir gerecht sind und unser volles Potenzial erreichen. Er kennt jedoch unsere menschlichen Begierden. Wir haben den Yetz Sahara, wie wir in Parashat Noach lernen, gegen den wir täglich ankämpfen müssen. Es ist ein ständiger Kampf. Hashem hat uns mit einem Yetz Sahara erschaffen. Wir haben diese böse Neigung, die uns in eine Richtung lenkt, welche dem entgegensteht, was Hashem von uns will, entgegengesetzt unserem eigentlichen Lebenszweck. Also sagt er, hör zu, wenn ich dir mehr Geld gebe, dann kannst du mehr von diesen weltlichen Begierden befriedigen. Doch ist dies wirklich der Weg, den ich für dich vorgesehen habe? Dann stets mehr, ein Teufelskreis der Gier. Mit jedem Wunsch entfernst du dich von Hashem. Mehr Geld und Besitz bringen Probleme und Ablenkungen. Je mehr weltliche Güter du anhäufst, desto leichter vergisst du Hashem, seinen Bund und seine Torah und verlierst den Blick für das Wesentliche, die Erfüllung der Mitzwot. Hashem sagt, seid arm, so seid ihr mir nahe und folgt meinem Willen, denn nur dann könnt ihr euren Jetzt Sahara besiegen, die böse Neigung in uns. Das bedeutet nicht arm im Sinne von hungern, sondern auf einem grundlegenden Überlebensniveau. Die Häuser der großen Tzadikim wie Rav Steinmann oder Rav Kanjewski sehen aus wie alte Kisten von vor 300 Jahren. Sie leben nur mit dem Nötigsten und führen dennoch ein erfülltes spirituelles Leben. Sie lehren uns, dass wahre Zufriedenheit nicht von materiellen Gütern abhängt. Es ist unglaublich, dass sie unter diesen Bedingungen leben. Für sie ist es normal, doch für andere unbegreiflich, besonders angesichts der Millionen, die durch ihre Hände gehen. Jeder Rabbiner könnte 10 Millionen Dollar erbitten und würde sie sofort erhalten. Dennoch wählen sie diese Lebensweise. Geld fließt durch ihre Hände, um Jeschivot und Organisationen zu finanzieren. Doch sie interessieren sich nicht dafür, brauchen nur das Nötigste zum Leben. Warum? Sie haben bereits alles, die Torah. Wer Torah hat, hat alles und braucht nichts weiter. Sie leben für und durch die Torah finden darin tiefe Erfüllung und ihren wahren Lebensinhalt. Die Torah ist ihre Quelle der Weisheit und Freude. Sie haben kein Verlangen nach anderem. Die Gemara lehrt uns, wer die immense Schwierigkeit kennt, gegen den Jezahara des Geldes anzukämpfen, würde nie für Reichtum beten. Wer seinen eigenen Jezahara für finanziellen Erfolg wirklich versteht, der würde niemals darum bitten. Wenn man den großen inneren Kampf erkennt, den es bedeutet, die Verlockung des Geldes zu überwinden, würde man stattdessen um die Kraft beten, dem zu widerstehen. Doch der Jezahara für einige dieser Begierden, die wir haben, würdest du niemals wollen. Warum? Weil du weißt, dass du dich möglicherweise in ernsthafte Schwierigkeiten bringen könntest. Nun, der große Rebbe, der die Kehillah von seinem Vater übernahm, er hatte solch eine Kontrolle über seinen Jezahara. Er lebte ein Leben der Heiligkeit und Hingabe zur Tora. Der Sfat Emet als Chassidim nach der Übernahme dieser Kehillah kamen, sagten sie, ihr Vater versprach, dass wir, wenn wir den Hallel Vers rezitieren, habe ich einen Sedur mitgebracht? Haben Sie vielleicht einen Sedur, um uns an sein Versprechen zu erinnern? Wir möchten sicher gehen, dass wir es richtig machen. Dein Vater versprach, dass wir an Rosh Chodesh das Hallel sagen, eines der sieben rabbinischen Mitzvot. Keine Sorge, es ist in Ordnung. Das Hallel zu rezitieren ist eine wichtige Tradition, die unsere Geschichte und unseren Glauben stärkt. Durch das Singen erinnern wir uns an die Wunder des Ewigen und drücken unsere Dankbarkeit aus. Keine Sorge, es ist in Ordnung. Es ist nur eine Kleinigkeit, nicht so wichtig. Ich danke für Ihr Verständnis. Der Text enthält etwas Hebräisch, richtig? Ja, aber das ist nebensächlich. Ich bringe normalerweise mein Sidur mit. Wo ist es nur? Einen Moment, ich muss es finden. Ah, hier ist es. Bitte haben Sie noch etwas Geduld. Er sucht nach einem Sidur. Ich hätte nicht danach fragen sollen. Es tut mir wirklich leid, dass ich Sie deswegen so umher schickte. Aber es ist nicht nötig, einen Sidur zu finden. Es ist wirklich nicht so wichtig. Gut, lassen Sie uns weitermachen. Ich gebe Ihnen einfach den Punkt dafür. Es ist alles in Ordnung. Machen Sie sich keine Sorgen. Die Kehilla kommt zum Gerer Rebbe und sagt, Vater Rav, dein Vater hat uns versprochen, wenn wir im Hallel mit viel Kavanah sagen und unsere Herzen öffnen, werden unsere Gebete erhört und Segen kommt auf uns herab. Wir haben das treu befolgt, Tag für Tag mit großer Hingabe. Doch sehen wir keine Veränderung in unserem Leben. Was machen wir falsch, Rebbe? Wie können wir den versprochenen Segen erlangen? Das bedeutet, rette uns, Hashem. Dann werden unsere Gebete erhört. Aber es funktioniert einfach nicht. Wir haben es mehrmals überprüft und immer wieder versucht, mit ganzem Herzen getan. Trotzdem funktioniert es nicht, obwohl wir inbrünstig zu Hashem beten. Es ist so frustrierend und entmutigend. Wir fühlen uns hilflos und wissen nicht, was wir noch tun können. Der Rabbi fragt nachdenklich, welches Anna meinst du genau? Ich, etwas verwirrt. Was meinst du damit? Er erklärt, Anna Hashem Hoshiana vielleicht? Dann kopfschüttelnd, nein, das meinte er sicher nicht. Nach einer bedeutungsvollen Pause, er meinte Anna Hashem Ani Avdesha. Das ist ein viel tieferes, innigeres Gebet, welches im Psalm 116 steht, der auch im Hallel enthalten ist. Es kommt vor dem Anna Hashem Hoshiana Hashem rette uns. Bevor es heißt, Hashem rette uns, steht dort Anna Hashem Ani Avdecha. Hilf mir Hashem, ich bin dein Diener. Das bedeutet, dass Hashem bereitstellt und für uns sorgt. Wir müssen uns ihm als Diener hingeben, bevor wir um Rettung bitten. Dies zeigt uns die richtige Reihenfolge. Zuerst Demut und Hingabe, dann erst die Bitte um Hilfe. Er rettet die Menschen, die sich als seine wahren Diener bezeichnen. Bevor du also beginnst, Hashem zu bitten, dich zu retten, frage dich zuerst, bist du wirklich ein Diener? Dienst du Hashem wirklich so, wie du es sollst? Oder tust du alles nur wegen der Belohnung? Und wenn du alles nur wegen der Belohnung tust, dann ist das nicht genau dein volles Potenzial. Verstehen. Dies sind wichtige Dinge, die wir aus dieser Mischna lernen müssen. Zum Abschluss erzähle ich eine berühmte Geschichte, die die Bedeutung des Lehrens und des praktischen Handelns zeigt. Es geht darum, das Gelernte zu verinnerlichen und im Alltag umzusetzen. Die Geschichte verdeutlicht, wie wichtig es ist, das Gelernte in unser tägliches Leben zu integrieren. Lehre den richtigen Weg. Im Buch, das einen ausführlichen Kommentar dazu liefert, wird in der Geschichte gesagt, dass er zwei Schüler hatte, zwei sehr unterschiedliche Schüler. Er hatte zwei Schüler, die er mit Weisheit und Geduld unterrichtete, jeden auf seine eigene Art und Weise. Mit Liebe und Fürsorge, lehrte er sie die Wege der Welt und die Weisheit des Lebens. Und diese beiden Schüler, es gibt eine Debatte darüber, ob es die beiden Schüler selbst waren, die missverstanden haben, oder ob die beiden Schüler später Lehrer wurden, deren Schüler dann missverstanden haben, gemäß dem Rambam. aber einer der Schüler hieß Tzadok und der andere Buitus. Diese Missverständnisse führten zu weitreichenden Folgen für die jüdische Tradition. Und diese beiden Schüler hörten diese Mischna von Antigonus. Sie sagten, Moment mal, was steht in dieser Mischna? Diene Hashem nicht wie jemand, der nach einer Belohnung sucht. Diene ihm wie jemand, der nicht nach einer Belohnung sucht. Wie vielleicht diese Weisen vielleicht sagen diese Rabbiner, man solle Hashem nicht dienen, als gäbe es eine Belohnung, weil sie wissen, dass es in Wirklichkeit keine Belohnung gibt. In Wirklichkeit gibt es kein Olam Haber. Warum sollten sie das sonst sagen? Welchen anderen Grund hätten sie zu sagen, man solle keine Belohnung erwarten? Vielleicht sagen sie, es gibt keine Belohnung, keine Belohnung für das Dienen Hashems. Das ist eine erschreckende Aussage. Diese beiden klärten die Sache nicht mit dem Rabbi. Stattdessen wurden sie zu Heretikern und gründeten zwei Bewegungen. Die Sadduzer, benannt nach Zadok, und die Boitusianer nach Boitus. Beide Gruppen lehnten die mündliche Überlieferung ab, interpretierten die Tora eigenständig und folgten nicht der Tradition der Schachamim. Dies führte zu einer tiefen Spaltung im Judentum. Ihr Hauptanliegen richtet sich gegen die mündliche Tora und die Rabbiner. Sie sagten, die schriftliche Tora akzeptieren wir, aber nicht die mündliche. Dort steht, diene Hashem nicht für eine Belohnung. Wenn man Hashem nicht für eine Belohnung dient, gibt es wohl keine. Das Ganze ist also gefälscht. Die Rabbiner wissen nicht, wovon sie sprechen. Sie argumentieren, dass diese Aussage keinen Sinn ergibt und die mündliche Überlieferung infrage stellt. Dies ist sehr, sehr wichtig, um uns eine wertvolle Lektion zu lehren. Für jeden, der lehrt, sei es jemand, der sich selbst unterrichtet oder jemand, der andere unterrichtet. Die Kraft deines Wortes ist viel bedeutender, als du dir vorstellen kannst. Die Kraft deiner Handlungen ist viel bedeutender, als du dir vorstellen kannst. In Parashat Noach lernen wir, dass Hashem Noach ein Zeichen gab, um ihn zu führen und zu leiten. Das Zeichen war, ich werde die Welt nicht zerstören und als Zeichen werde ich diesen Regenbogen setzen. Weniger als 350 Jahre später wird der Turm zu Babel von einer Gruppe böser Menschen gebaut, die versuchen, ein Gebäude zu errichten, das gegen Gott kämpfen soll. Und Hashem sagt, da sie Einheit haben, auch wenn sie böse sind, werden sie erfolgreich sein. Sie schaden sich nicht gegenseitig. Die Macht der Einheit liegt darin, dass Hashem vereinte nicht bestraft. Obwohl Araber durch Terrorismus einen großen Teil der Welt beherrschen, sollten sie aufgrund ihrer Zahl eigentlich die ganze Welt beherrschen. Der Grund dafür ist, dass sie die Welt tatsächlich wörtlich beherrschen sollten. Sie haben die zwei Milliarden Menschen und viel Geld, beherrschen die Welt aber nicht, weil ihnen Einheit fehlt. Es ist Hashems Gnade, dass sie keine Einheit haben. Gleiches gilt für Am Israel, mit Einheit würden wir trotz geringer Zahl die Welt beherrschen. Die Macht der Einheit ist wirklich außergewöhnlich und unvorstellbar stark. Hashem sagt uns daher, diese Menschen beim Turm von Babel hatten Einheit, daher habe ich sie nicht zerstört. Um weitere Sünden zu verhindern, schuf ich siebzig Sprachen. Zuvor gab es nur die heilige hebräische Sprache als universelle Weltsprache. Beim Turm von Babel am Ende von Parashat Noach sehen wir, dass Hashem ihre Sprache verwirrt hat. Trotz ihrer Einheit musste Hashem eingreifen, um ihre Pläne zu durchkreuzen. Bibel et Haolam auch Babel genannt, bedeutet die Verwirrung der Welt. Jeder sprach eine andere Sprache, sodass sie einander nicht verstanden. Sie konnten ihr Wort nicht halten. Dies steht im Gemara Bavamezia Seite 49a. Im Wer die Generationen der Sintflut und Babels bestrafte, bestraft auch wortbrüchige Hasallehren, Derselbe, der jene bestrafte, zieht Wortbrüchige zur Rechenschaft. Hashem sorgt für Gerechtigkeit, bestraft Verstöße gegen seine Gebote. Dies zeigt die Wichtigkeit von Integrität, Treue zu unserem Wort, denn jede Handlung hat Konsequenzen. Hashem bestrafte die Generation von Noach, versprach aber, die Welt nicht mehr zu zerstören und erschuf einen Regenbogen. Beim Turmbau zu Babel zerstörte er nur das Gebiet, nicht die ganze Welt. Er zerstörte den Turm und viele Menschen, manche verwandelten sich in Affen. Warum zerstörte er die Welt nicht komplett, abgesehen von der Einheit? Weil er hat sein Wort gegeben, die Welt nicht wieder zu zerstören. Die Mischna betont den außerordentlichen Wert des Wortes, da Hashem sein Versprechen seit über fünftels siebenhundert Jahren hält. Bei jedem Regenbogen möchte Hashem die Welt zerstören, tut es aber nicht wegen seines Versprechens an Noach. Dies geschah vor weniger als fünftel siebenhundert Jahren, etwa vor viertausend Jahren. Ich halte das Versprechen, das ich Noach gegeben habe, die Welt nicht zu zerstören. Ich stehe zu meinem Wort. Wie ich mein Versprechen zur Zeit Noachs beim Turm von Bawel und zu verschiedenen Zeiten in Ägypten gehalten habe, tat ich es auch all die anderen Male nicht, als ich die Gelegenheit hatte, die Welt zu zerstören, weil ich halte mein Wort und ich erwarte dasselbe von dir. Wenn jemand eine Vereinbarung trifft und sein Wort nicht hält, sagt die Gemara, dass du nicht nur gegen Menschen, sondern auch gegen Gott handelst, weil du seinem Wesen widersprichst. So wie Hashem immer gnädig und gebend ist, ist dies der Grund, warum Geiz und Knauserei problematisch sind. Wird bestraft, weil es das Gegenteil von Gott ist. Hashem gibt immer und nimmt nie. Geiz ist das absolute Gegenteil davon. Gleiches gilt für jemanden, der sein Wort nicht hält oder Versprechen bricht. Ein gebrochenes Versprechen widerspricht fundamental Hashems Handeln über all die Jahre hinweg. Es ist das komplette Gegenteil von dem, was Hashem stets getan hat und immer tun wird. Der Wert deines Wortes ist außergewöhnlich. Antigonus betont dessen Wichtigkeit. Shimon hat Sadiks leeren Weisen zum Erfolg. Dine Hashem folge Vorbildern Habijirat Shamayim. So verstehst du die Mischner. Shimon hat Sadik verrät uns das Geheimnis des ultimativen Erfolgs. Wenn du dich entschließt, dann verehre Hashem, sei ein Diener von Hashem, sei wie Avraham, Avinu, Yitzchak, Jakov, Moshe, der Gadol Hador, sei wie jemand Großes. Aber zumindest habe etwas Yirat Shamayim. Das ist, wenn du die Mischner richtig verstehst. Wenn sie die Mischner nicht richtig verstehen, wenn das ihnen beigebrachte Wort falsch war, wenn der Lehrer zu ängstlich war, ihnen die Wahrheit zu sagen, wenn man nur einige Teile kennen möchte, dann Shas für Shalom kann jemand wie die Sadduzeer werden und schließlich ein vollständiger Koffer werden. Sie sagen, der einzige Grund, warum in dieser Mischner steht, man soll Hashem nicht für eine Belohnung dienen, ist, dass es keine Belohnung gibt. Und wenn es keine Belohnung gibt, dann gibt es keinen Grund, all das etwas zu tun. Glauben sie nur an diesen Mann, der für ihre Sünden starb. Sie können tun, was sie wollen, unbescheiden, geizig oder sogar ein Mörder sein. Es spielt keine Rolle. Solange sie an ihn glauben, ist angeblich alles gut. Das ist völliger Unsinn und widerspricht der Torah fundamental. Es ist eine gefährliche Lehre, die die wahren Gebote Hashems ignoriert. Die Menschen haben kein Verständnis, um zum Abschluss zu kommen. Letzter Punkt, ich werde ihnen eine Geschichte erzählen, die ich heute gehört habe. Die Menschen haben kein volles Verständnis für die Größe der Weisen, die in dieser Mischna erwähnt werden. Wie ich zu Beginn dieses Shiurs erwähnte, konnte jeder dieser Menschen die Toten wieder zum Leben erwecken. Was die Leute diesem JCPenny Typen zuschreiben, ist unbedeutend. Selbst wenn er jemanden von den Toten auferweckt hätte, wäre es keine große Sache. Jede Person in der Gemara hat Ähnliches getan. Es gibt eine Geschichte über Rabbi Jochanan, der zwei Neffen hatte. Diese Taten sind in der jüdischen Tradition nichts Außergewöhnliches. Sie kamen zur Jeschiva, beide stumm geboren. Niemand wusste, ob sie klug waren. Sie konnten nicht sprechen, lehren oder antworten. Im Unterricht nickten sie nur ständig. Man sah nur ihr beständiges nicken. Eines Tages hatte er tiefes Mitleid mit ihnen. Er betete und beide wurden geheilt. Beide konnten anfangen zu sprechen, obwohl sie ohne diese Fähigkeit geboren wurden. Es war nicht so, dass sie ihre Zunge geschnitten hatten. Sie konnten niemals sprechen. Plötzlich betet Rabbi Jochanan und beide können sprechen. Dann beginnen sie zu lehren und alle erfahren, dass diese beiden Genies sind. Lange wussten wir nicht, welche Tora sie kannten, da sie stumm waren. Jetzt können sie sprechen und wir wissen es. Der wichtige Punkt ist, dass er die Natur verändern konnte. Die Chachamim konnten dies. Im Buch Yirmiyahu steht Du wirst wie mein Mund sein. Wenn diese Chachamim etwas schreiben, ist es bedeutender als das Werk irgendeines Autors. Es ist mehr als nur ein Buch oder etwas ähnliches. Wenn es eine Halacha gibt, die sie erlassen haben, betrifft es den Unterschied zwischen Leben und Tod. Dies ist von höchster Wichtigkeit. Heute, Hashem, sind Nahtoderfahrungen häufiger geworden. Ein faszinierendes Phänomen. Millionen Menschen sind gestorben und zurückgekehrt und alle berichten erstaunlich ähnliche Geschichten. Um dies zu veranschaulichen und die Bedeutung zu unterstreichen, hörte ich heute folgende bemerkenswerte Erzählung. Sie sahen Licht. Manche sehen mehr, andere weniger. Es gibt ähnliche Geschichten und manche erleben Außergewöhnliches. Rabbi Alon Anava erlangte Torah Wissen, das normalerweise jahrzehntelanges Studium erfordert hätte. Die Erfahrungen aus Nahtoderlebnissen sind vielfältig und erstaunlich. Und es heißt, dass es am Ende der Zeiten seltsame Dinge geben wird, wie wir aus den heiligen Büchern gelernt haben. Eine fromme Frau teilte kürzlich ihre außergewöhnliche Nahtoderfahrung. Sie starb kurz und kam wundersam wieder ins Leben zurück. Sie war ihr Leben lang eine tief religiöse, gottesfürchtige und gläubige Frau gewesen. Sie beging Sünden, sprach Lashon Hara und beklagte sich über Hashem. Religiös in Mitzvot, aber mit wenig Emunah. Sie befolgte Gebote, aber vertraute Hashem nicht. Das Betriebsschema, wie die Welt sie sieht. Natürlich erfüllst du die Mitzvot, du betest, du siehst äußerlich perfekt aus, aber sie sagt zu sich selbst, das Innere war völlig zerbrochen und ich beschwerte mich ständig gegen Hashem. Ich dachte ständig, dass die Dinge nicht richtig sind, dass alles falsch läuft. Mein Glaube war erschüttert, obwohl ich nach außen hin fromm erschien. Ich habe ständig Lashon Hara über gewisse Menschen gesagt. Dann erzählt sie von ihrer Nahtoderfahrung, bei der sie zum Beit Din Shal-Shamayim ging. Ich werde nicht die ganze Geschichte durchgehen, aber der Punkt ist, dass sie dort ankam und der Dayan, das Beit Din Shal-Shamayim, sie empfing und ihr Urteil fällte. Es war ein Moment der Wahrheit und Selbsterkenntnis für sie, als sie vor diesem himmlischen Gericht stand. Die Shazal sagen, der Leiter des Beit Din wird der Gadol Hador dieser Generation sein. Es wird drei Dayanim geben, wobei der Kopf die höchste Neshama ist. Sie sah einen Dayan, dessen Namen sie nicht nannte, da sie sein Wesen kannte. Sie erkannte seine Bedeutung als führende Autorität, schwieg aber darüber und benannte ihn nicht weiter. Dann sah sie Raph Ovadia Josef. Der andere Dayan sagte, sie weinte heftig und durchlebte ihr Leben erneut. Sie schämte sich zutiefst und wünschte sich, trotz ihrer Frömmigkeit Schlimmeres als den Tod für diese Schande, die Last ihrer Taten drückte schwer auf sie. Wie kann ich es wagen, gegen Hashem zu klagen? In der Geschichte sagt sie, nachdem sie solche Schande erlitten hat, fleht sie demütig um Hilfe, dass man sie wieder in ihren Körper zurück bringt. Doch der Dayan antwortet ihr nein, sie wird nicht in diesen Körper zurückkehren können. Das bedeutet, sie ist von dieser Welt gegangen, tot. Sie fleht ihn an, bitte lass mich zurück, ich habe Kinder, einen Mann, eine Familie, ich verspreche, Teshuwa zu tun, niemals wieder gegen Hashem zu klagen, kein Lashon Hara zu sprechen. Doch er antwortet streng, nein, du kommst nicht zurück, das ist kein Polizist, sondern ein Dayan im Shamayim. Sie bricht in hysterisches Weinen aus, aber dann beginnt sie plötzlich die Neschamot der Verstorbenen zu sehen. Menschen half sie, Teshuwa zu machen, eine wahre Mitzvah. Frauen lehrte sie Taharat Hamish Pacha und Nida. Anderen zeigte sie die Schabbat Einhaltung, eine große Leistung. Verzweifelt fleht sie, sag ihnen, dass ich Tora lehrte und Gutes tat. Rav Ovadia, du gehst, kehrst aber zurück. Der andere Dayan widerspricht, nein, das geschieht nicht. Sie wird nicht zurückkommen. Er streitet heftig, Rav Ovadia widerspricht vehement, doch sie kehrt nicht zurück. Verzweifelt und weinend fleht sie. Ich weine hysterisch. Bitte, bitte gib mir die Chance zurückzukommen. Ich verspreche mich zu bessern und alles wieder gut zu machen. Der Mann wiederholt immer wieder. Nein, nein, nein. Sie sagt, Rav Ovadia schlägt auf den Tisch und entscheidet, sie kommt zurück. Dann erwacht sie plötzlich. Mein Punkt ist, die Weisen, die im Gemara erwähnt werden, übersteigen unser Verständnis. Sie besitzen eine außergewöhnliche Weisheit und ein unglaublich tiefes spirituelles Bewusstsein, das nur wenige Menschen jemals erreichen können. Angelegenheiten von Leben und Tod, ewiges Gut oder ewiges Leiden wurden nur durch ihre Worte entschieden. Menschen zu sagen, ich stimme dem Rambam nicht zu oder ich denke nicht, dass Rabbi Akiva recht hatte oder Rabbi Eliezer Ben Hurkenos war ein wenig extremer. Wer bist du, dass du diese Leute überhaupt in Frage stellst, du kleiner Zwerg? Die Ewigkeit wird durch ihre Worte entschieden und du sagst, du stimmst zu oder nicht, deine Meinung ist bedeutungslos, du hast entdeckt, ob es einen Sinn gibt und willst der Halacha derer, die über Leben und Tod entscheiden zustimmen oder nicht im Schamayim. Dies Wer sind diese Avot Bechlal? Wie können wir in ihren Fußstapfen gehen? Wenn wir ihre Größe erahnen, beginnen wir die Tora zu schätzen. Bis dahin können wir nicht verstehen, wie bedeutsam ihre Weisheit für unser Leben ist. Wir erkennen ihre unermessliche Größe und werden ihre heilige Tora nie wirklich in vollem Umfang wertschätzen können. Solange jemand glaubt, seine unbedeutende Meinung aus dem Jahr 2016 oder 507 sei in irgendeiner Weise vergleichbar mit den weisen Gelehrten, die mit GTT durch Ruach HaKodesh, durch direkte Prophezeiung oder sogar von Angesicht zu Angesicht wie Moshe Rabenu gesprochen haben. Es gibt nichts zu besprechen. Ich kann dir keine Tora lehren, du kannst sie nicht lernen. Du kannst nichts tun. Deine Meinung zählt nicht. Du bist nichts, lebst weit von der Realität entfernt. Sieh dir Rabbi Avraham Fein Kochlins dreiminütiges Video weiter an. Frag dich, was ist der Zweck des Lebens? Du bist noch in einer frühen Phase, das ist zu weit für dich. Der Punkt ist, uns zu besseren Menschen zu machen. Erste Regel, beginne deinen Tag mit Dankbarkeit. Fragen, Ich habe eine Frage zur Parascha, der von gestern, als Sie erklärten, warum, ich meine über das Gehen und dessen Bedeutung in der Tora. Könnten Sie das bitte näher erläutern? Es war sehr interessant, aber ich habe einige Aspekte nicht ganz verstanden. Den Schabbat zu halten ist nicht erlaubt oder empfohlen, weil es eine andere Religion schaffen würde. Im Judentum gibt es 613 Mitzvot aus der Tora und 7 Gesetze von den Rabbinern, insgesamt 620 Gesetze. Diese Gesetze sind grundlegend für das jüdische Leben und die Identität. Sie zu ändern oder neue hinzuzufügen, würde das Wesen des Judentums verändern. Das Judentum definiert sich durch Gesetze wie Halachot und andere religiöse Vorschriften. Wer jüdisch sein will, muss alle auf ihn zutreffenden Gesetze befolgen, ohne Ausnahme. Für Kohanim, nicht Kohanim, Frauen und Männer gelten spezifische Gesetze, die je nach Rolle und Stellung variieren. Der fundamentale Grundsatz bleibt unverändert. Um als wahrhaft jüdisch zu gelten, müssen die relevanten Gesetze strikt eingehalten werden. Nun, zu sagen, dass man nur ein Gesetz nehmen und das befolgen kann, ohne die anderen zu beachten, bedeutet im Wesentlichen zu behaupten, dass die Tora unvollständig ist. Sie ist unvollkommen. Man wählt nicht beliebig Teile aus. Über Gut und Böse entscheidet Hashem, nicht wir. Er gab Gesetze, die vollständig zu befolgen sind. Das Judentum definiert sich durch diese Gesetze. Juden müssen alle für sie geltenden Vorschriften einhalten, unabhängig von Status oder Geschlecht. Daher betont Hashem die Einhaltung der Mitzvot. In Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium und fast allen Büchern mit Mitzvot sagt er stets, beobachtet meine Gebote. Jedes Mal sagt er, beobachtet alle meine Gebote, nicht nur einige, nicht nur Schabbat, Taharat, Hamish, Batscha und Tefilin, das reicht nicht. Du bist gut, es liegt an mir, mach dir keine Sorgen, es ist alles oder nichts. Wenn du die Gebote einhalten willst, musst du alle einhalten. Es ist für manche sehr schwierig, aber du bist trotzdem verpflichtet. Auch wenn du es nicht tust, ist es nicht in Ordnung. Du tust es nicht und wirst dafür bestraft werden. Die Tatsache, dass es schwer ist, entbindet dich nicht von deiner Pflicht. Jedes Gebot hat seinen Zweck. Wenn sie dazu verpflichtet sind und es nicht tun, werden sie bestraft. Das ist ernst zu nehmen. Wie ich meinem ersten Schüler in Florida sagte, im ersten Jahr wünschte ich, ich hätte es aufgenommen. Ich sagte ihm ganz klar, hören sie, ich werde ihnen immer die ungeschminkte Wahrheit sagen und sie können dann tun, was sie für richtig halten. Das heißt, ich werde absolut nichts beschönigen oder verharmlosen. Ich sage dir nicht, was du hören oder tun kannst. Ich sage dir, was Hashem gesagt hat. Mach was du willst. Ich verurteile dich nicht als gut oder schlecht. Ich sage dir, was du tun musst. Ich wusste, er hält den Schabbat nicht. Also sagte ich ihm gleich, du darfst am Schabbat nicht fahren und so weiter. Es war eine Überraschung für ihn. Seit 25 Jahren fährt er zur Schule, ohne dass jemand etwas sagte. Ich erklärte ihm, du darfst am Schabbat nicht fahren. Wenn du es tust, ist es dein Problem, aber es ist nicht erlaubt. Im Konversionsprozess spielt es keine Rolle. Wenn sie am Anfang der Konversion sind, gilt das nicht. Aber wenn sie planen, bald zu konvertieren, müssen sie anfangen, den Schabbat fast vollständig einzuhalten. Alles außer einer kleinen Übertretung. Das bedeutet, sie müssen vergehen ist wie das Einschalten eines Lichts, nicht das Fahren. Ein kleines internes Vergehen. Etwa einen Monat vor der Konversion hältst du 100%. Ich sagte ihm, ich sage dir, wie es ist. Mach was du willst. Wenn du am Schabbat fährst, sage ich dir, dass es nicht erlaubt ist. Weiterfahren liegt an der Tora einzuhalten, müssen sie zum Judentum konvertieren. Es ist nicht möglich, einzelne Mitzvot auszuwählen und andere zu ignorieren. Dies würde bedeuten, dass sie ihre eigene Religion erschaffen, was nicht dem wahren Judentum entspricht. Man kann nicht nur bestimmte Mitzvot aus der Tora wählen und andere ablehnen, das ist unzulässig und widerspricht dem Wesen der jüdischen Lehre. Ob Schabbat oder andere Gebote, alle sind gleichermaßen wichtig. Das ist nicht, was Gott gesagt hat, sondern der Rambam. Hashem sagt nicht, dass Goyim schlecht sind. Viele Goyim sind großartige Menschen, sogar Propheten. Ijob war kein Jude, aber ein Prophet. Einige der größten Menschen waren Goyim. Das ist kein Problem. Hashems Botschaft ist, dass wir eine Wahl haben. Ihr könnt Juden sein. Jeder kann ein Jude sein. Jeder könnte Jude sein. Willst du konvertieren, Schabbat halten, koscher leben, alle Mitzwot befolgen? Schazak ubaruch. Kein Problem. Nur Schabbat halten? Nicht erlaubt. Am Schabbat ruhen ist gestattet. Auch als Nicht-Jude dürfen sie am Schabbat nicht arbeiten, feiern und eine schöne Mahlzeit haben. Was ihnen als Nicht-Jude nicht erlaubt ist, ist, Dinge Tora steht. Das bedeutet, dass sie nicht absichtlich kein Feuer entzünden dürfen, nur weil es in der Tora steht. Es ist ihnen als Nicht-Jude nicht erlaubt, auf das Entzünden von Feuer oder die 39 in der Tora verbotenen Melachot zu verzichten. Dies würde bedeuten, dass sie ein Gesetz einhalten, das nicht für sie bestimmt ist. Die Tora Gesetze gelten nur für Juden, nicht für Nicht-Juden. Wenn nicht, dann nicht. Sie können am Schabbat feiern, ihn genießen und zu einem Ruhetag machen. Es gibt keinen Zweifel daran. Sie können feiern und es zu einem großartigen Tag machen. Aber den Schabbat können sie nicht halten. Das bringt mich zu einem anderen Punkt. In dieser Generation habe ich von mindestens zwei Leuten gehört, dass sie den Menschen erzählen, dass Nicht-Juden den Schabbat einhalten dürfen. Noachiden dürfen den Schabbat einhalten. Und sie nennen es mit verschiedenen Namen und im Wesentlichen nennen sie es mit allen möglichen Begriffen und sie verwirren die Öffentlichkeit. Und das führt tatsächlich zurück zu unserer Lehre dieser Parascha, dass wenn wir wirklich verstanden hätten, wirklich verstanden und respektiert hätten, wer diese Gelehrten sind, würden wir niemals wagen, etwas zu sagen, das sie nicht gesagt haben. Wir würden es niemals wagen, niemals. Wenn es nicht in der Mischna steht, wenn es nicht im Schulchan Aruch steht, wenn es nicht im Gemara steht, wenn es nicht buchstäblich irgendwo in der Tora von einem dieser großen Geister steht, dass ein Nicht-Jude den Schabbat halten darf. Wer sind sie, um anderes zu sagen? Das ist unbeabsichtigte Arroganz. Manche zeigen Chesette, um Ausgrenzung zu vermeiden. Echte Freundlichkeit wäre, direkt zur Konversion zu raten. Ehrlichkeit und klare Grenzen sind wichtiger als falsche Hoffnungen. Das verwirrt die Öffentlichkeit. Wenn sie Schabbat halten möchten, konvertieren sie zum Judentum. Was ist das Problem? So ist es. Hören sie, was das Halten des Schabbats hinsichtlich der Abendessen, der Mittagessen, der Gebete, der Familie betrifft. Sie können das sowieso tun. Sie müssen dafür nicht jüdisch sein. Sie können das jeden Tag tun, wenn sie möchten. Das Unterlassen der 39 Melachot ist speziell für Juden. Wenn du jüdisch sein willst, sei es. Das ist die Sache. Ich kenne eine Schülerin, eine wirklich erstaunliche Person. Sie ist Mamash, wie eine besondere Seele. Man spürt ihre einzigartige Ausstrahlung. Sie würde sofort konvertieren, sogar mitten im Schiur. Sie weiß mehr als die meisten Menschen, selbst Rabbiner, über die Tora und möchte konvertieren. Ihr ist jedoch noch nicht bereit. Er glaubt an die Tora Hashem, aber sorgt sich, dass er nicht die ganze Tora erfüllen kann. Er wird nicht alle Mitzvot erfüllen können, weil er nicht genug weiß. Im Judentum wird man für das ehrliche Bemühen belohnt, nicht für das bloße Erfüllen der Tora. Das ist eine Mischna in Pirkay Avot. Es geht um den aufrichtigen Einsatz in der religiösen Praxis, nicht um Perfektion. Jeder Schritt, jede kleine Bemühung zählt. Der kontinuierliche Prozess des Strebens nach Verbesserung steht im Mittelpunkt. Der Schlüssel ist, sein Bestes zu geben. Bescheiden und gerecht sein. Kavanah im Gebet haben und viel lernen. Es ist ein Uhr morgens und ich bin müde. Für eine Stunde lernen fehlt mir die Kraft, aber fünf Minuten habe ich noch. Lass mich diese kostbare Zeit nutzen, um weiterzumachen und ein wenig mehr zu lernen. Auch erschöpft kann ich diese Minuten sinnvoll nutzen und meinem Ziel näher kommen. Und du studierst die nächsten fünf Minuten. Diese zusätzlichen fünf Minuten können wertvoller sein als ein ganzes Jahr Torah. Also wirst du für diese fünf Minuten belohnt. Das ist es, was Hashem sucht. Er sucht nach Mesirat Nefesh. Er sucht nach Selbstaufopferung. Er sucht nicht nach einem Halacha Computer. Er sucht nicht danach, dass du nur ein Roboter bist. Er möchte, dass du dein Bestes gibst. Gib dein Bestes und er ebnet den Weg für den Rest. In Exodus 14, 14 sagt Moshe, der Herr wird für euch kämpfen und ihr werdet still bleiben. Das bedeutet, wenn ihr all eure Anstrengung aufgebracht habt, habt ihr euer Bestes gegeben. Ich habe mein Bestes versucht, um Parnassah zu machen, einen Zivug zu finden, an meiner Tefillah zu arbeiten, diese Gemara zu verstehen und was auch immer es ist, das ihr tut, um Hashem zu dienen. Ich Ich mein Bestes getan, Hashem, nun ist es deine Aufgabe. Das ist der Kern. Das ist das Wesen des Judentums und unsere tiefe Verbindung zu Hashem. Wenn man diesen Schiu anschaut, möchte ich eines betonen. Man muss sich keine Sorgen machen, die gesamte Tora auf einmal zu erfüllen. Das Wichtigste ist, sich auf seine eigene Aufgabe zu konzentrieren und stets sein Bestes zu geben. Mehr verlangt Hashem nicht von uns. Das ist alles, was man tun muss. Auch als Nicht-Jude sind sie verpflichtet, ihr Bestes zu geben und ein gerechter Noachide zu sein. Diese Mischna lehrt uns. Streben sie stets nach dem Besten, nach dem Vorbild von Avraham Avinu? Das ist die wahre Schönheit dieser Lehre. All diese tiefgründigen Einsichten, die wir in Zwei Verse, ein kleines Marmar von Darüber könnten wir eine weitere Woche sprechen. Stellen Sie sich also vor, dieses ganze Buch ist voll davon. Und dies ist eines von Zehntausenden von Büchern in der Tora. Wenn jemand in dieser niedrigen Generation sagt, ich denke nicht, dass der Rambam Antigonus oder Rabbi Akiva Recht haben, wer bist du? Du bist nicht einmal eine Ameise im Vergleich zu diesen Menschen. Eine Ameise ist ihnen näher, weil sie weiß, dass sie nicht wie sie ist. Verstehen Sie, der Kernpunkt beim Tora Lernen ist es, seinen Platz zu kennen, zu wissen, wo man in der Welt und Gesellschaft steht und wie man sich einordnet. Diese Menschen sind wahrhaft außergewöhnlich. Wie wir heute gelernt haben, sind sie mit ihrer heiligen Aufgabe noch lange nicht fertig. Sie entscheiden manchmal noch über Leben und Tod eine enorme Verantwortung. Haben sie dazu noch weitere Fragen? Hashem! Ein weiterer großartiger Shiur! Nächste Woche Dienstag Abend Shiur bei mir zu Hause! Mittwoch Shiur beim Lighthouse Project in Aventura Besrat Hashem alle zwei Wochen! Es ist nur zwanzig Minuten entfernt ohne Verkehr mit Verkehr bis zu drei Stunden Die Straßen sind unberechenbar aber für das Torah Studium lohnt sich jede Reise Wir werden dort erneut ein Shiur abhalten und wahrscheinlich die Serie fortsetzen Ich erinnere mich Wir setzen die Serie in jedem Vortrag fort da jede Mischna so viel Inhalt bietet dass sie einen eigenen Vortrag wert ist Ich spreche jetzt über die Weisen von Shazal Ich erinnere mich an eine persönliche Geschichte als wir in die Innenstadt gingen zum Parkplatz dort Ich war mit einem Freund unterwegs Er hatte sein Tastenfeld dabei ging aber zurück Als ich bezahlen wollte merkten wir plötzlich Geldbörsen im Auto vergessen Es ist in Ordnung keine Sorge Wirklich Ich prüfe nur kurz ob das Gerät noch an ist Wo ist die Batterie Als wir das Auto hinein brachten sagte ich zum Parkwächter Sehen Sie ich glaube nicht dass ich Gehen Sie hinein Machen Sie sich keine Sorgen Geben Sie mir das Ticket Als wir dort ankamen ging der Wachmann hinaus und sagte Lasst uns am Auto vorbeigehen Geht und bezahlt Also gingen wir dorthin und er war dort und dann war der Typ nicht da und dann sagte er ihnen schaut die andere Person die hier war wir haben nicht bezahlt also haben wir das Geld er sagte wissen Sie etwas Das war genau dasselbe was er mir sagte Ich muss gehen Aber es wird wahrscheinlich passieren Ein Mann wird kommen und dich bezahlen Er sagte Sie haben ein Wort Er wird kommen und dich bezahlen Es ist ein Wort Wenn man erzogen wird ein Wort zu haben hält man es auch Er betonte die Bedeutung von Zuverlässigkeit und Vertrauen im Geschäft Für mich war es eine Lektion da ich keine Kippa trug Ich sagte Mein Gott Er erwiderte Wir hätten sagen sollen er sah deine Kippa Er ist Jude und wird bezahlen Nimm seine Zahlung nicht an Als Jude wird die Welt sie an einem höheren Maßstab messen ob sie es mögen oder nicht Es gibt einen Tschidush von vor anderthalb Jahren der nochmals betrachtet werden sollte Er vermittelt den Menschen ein tieferes Verständnis davon was von ihnen erwartet wird und wie sie diesem Anspruch gerecht werden können Diese Lehre ist besonders relevant in unserer heutigen Zeit genau genau in der Geschichte die wir gerade erwähnt haben als der Gerer Rebbe ihm sagte hör zu du weißt du bittest Hashem dich zu retten aber kurz davor steht es heißt ich bin dein Diener also steht zuerst versuche dein Bestes sei sein wahrer Diener dann werde ich dir helfen das zeigt uns wie wichtig es ist zuerst unsere Pflichten zu erfüllen bevor wir um Hilfe bitten so haben die Menschen eine Verwirrung darüber welcher zuerst kommt und welcher nicht also haben Schazal die Weisen der Anshai Knesset Hagedola dieselben Weisen die dieses Buch zusammengestellt haben dieselben Weisen die uns unsere gesamte Tora gegeben haben auch unsere Gebete zusammengestellt verschiedene Teile unseres Gebetes und ein Teil des Gebets sind die Korbanot Korbanot dieser Teil beschreibt die Korbanot und Hashems vorgeschriebenes Weihrauchopfer es gibt verschiedene Teile des Opfers die präzise durchgeführt werden müssen jedes Detail ist bedeutsam um es korrekt darzubringen es gibt genau an welches Räucheropfer es gibt wir sagen dies täglich Sephardim öfter als Ashkenazim jeder kennt Korbanot aus dem Sidur aber viele verstehen die tiefere Bedeutung nicht obwohl manche es auswendig können bleibt der Sinn oft unklar es ist ein wichtiger Gebetsteil der an Tempelopfer erinnert und unsere Tradition stärkt die Reihenfolge der Opfer kann verwirrend sein hat aber tiefe spirituelle Bedeutung sie lesen die Korbanot und Räucher Opfer deren Geruch laut Torah für Hashem angenehm ist ich verstand den Zweck nicht hatte aber kürzlich einen Tschidush Hashem im Gebet erörtern Rabbi Nathan und Rabbi Yehuda die Wichtigkeit dieser Opfergaben sie erklären dass diese Rituale eine tiefe spirituelle Bedeutung haben und uns helfen eine Verbindung zu Hashem aufzubauen beide sagen dasselbe wenn eines der Räucher Opfer nicht korrekt ist Todesstrafe das bedeutet wenn man anstelle von 50 Gramm 40 Gramm oder 60 Gramm hinzufügt oder es einfach überhaupt nicht hinzufügt Chayaf Mita Todesstrafe ich war so schockiert als ich das las es zeigt wie ernst diese Rituale genommen werden und wie wichtig es ist sie präzise auszuführen jeder liest das täglich ohne zu fragen ist das nicht extrem ich verstehe betrunken ins Kodesh Hakodashim zu kommen ist Chayaf Mita vor Hashem betrunken zu erscheinen verdient den Tod schon der Gedanke daran verdient den Tod Schabbat zu verletzen wie Zellof Schad der erste Schabbat Verletzer ist Chayaf Mita Mord steht in den 10 Geboten Chayaf Mita das verstehe ich aber ein Fehler bei einem Weihrauch Opfer und ich bekomme die Todesstrafe komm schon nein Hashem warum so streng was ist hier los die Schönheit davon wenn man versteht was hier vor sich geht hebt diese Mitzwa dieses Gebet auf eine ganz andere Ebene und zweitens zeigt es dir auch deine immense Verantwortung als Jude in dieser Welt zuerst müssen wir verstehen was dieses Weihrauch Opfer ist was hat es physisch in der Welt bewirkt Hazal lehren uns dass wenn sie dieses Weihrauch Opfer darbrachten es eine Rauchsäule erzeugte es würde eine Rauchsäule erschaffen wie eine Säule oder ein Gebäude gerade nach oben und diese Säule würde bis zum Himmel reichen und selbst wenn es starken Wind gäbe würde er sich nicht bewegen was ist also die Wirkung dieser Rauchsäule Wir haben drei Personen die diese Rauchsäule sehen Wir waren 40 Jahre in der Wüste Wir waren insgesamt 900 Jahre im Beit Hamigdash das Erste und das Zweite Eine sehr lange Zeit in der die Rauchsäule eine zentrale Rolle spielte Es gibt drei verschiedene Arten von Menschen die diese Rauchsäule sehen Da ist jemand aus dem örtlichen Lager der ein Jude ist Da ist jemand der das Lager verlassen hat und ein Jude ist und da ist ein Goy Der Jude im Beit Hamigdash betrachtet die Säule nachdenklich Er hat alltägliche Probleme Immunerschwierigkeiten und quälende Zweifel am Lebenssinn Die Panassah kam spät Er hat Eheprobleme Alles scheint sich gegen ihn zu wenden Doch verwirrt und suchend sieht er die Säule und plötzlich erinnert er sich Sie sprechen mit Gott Wenn die Säule geht sprechen sie mit Hashem Es ist ein Zeichen der göttlichen Gegenwart Okay Hashem ich verstehe Ich habe jetzt Emunah weil ich Hashem sehe Ich sehe das Werk von Hashem Dieses Wunder dass eine Säule wissen Sie trotz Wind trotz Regen trotz allem sich nicht bewegt Es ist ein Wunder Ich sehe es Es hat meine Emunah gestärkt Also habe ich diesem Mann geholfen Der zweite Mann Ein Jude der außerhalb des Lagers ist hat sich mit seiner Kehilla gestritten Machloket Sollen wir im aschkenasischen sephardischen oder jemenitischen Stil beten Welchen Shazan wählen wir Er sagt Ich lasse alles hinter mir Es gefällt mir nicht Er ging weg Doch wenn man weg geht dreht man sich um Man sieht wie weit man vom Ausgangspunkt entfernt ist um die Dinge zu überprüfen Beim Umdrehen in den Bergen sieht er die Säule Er erkennt Das Judentum basiert nicht auf Juden sondern auf der Beziehung zu Hashem Dies erinnert ihn daran und stärkt seine Emunah Er versteht dass Hashems Werk überall sichtbar ist Es ist egal ob ich im Beit Hamikdash mit Millionen Juden bin oder allein auf einer Insel ich muss jüdisch sein Die Verbindung zu Hashem zählt Von der Säule aus hilft es ihm Er will zurückkommen den Mach Loket vergessen Er kommt zurück Du hast Kiruf gemacht ihn zurückgebracht Dem ersten Mann hast du mit Emunah geholfen dem zweiten auch Du hast Kiruf gemacht und ihn zurückgebracht um Teshuva zu machen Der dritte Mann ist ein Goy aus einer anderen Nation ein Antisemit Er fragt Warum hört Hashem auf die Juden Warum tut er etwas für sie Er gab ihnen die Torah Bewirkt Wunder Alle großen Nationen wollten sie zerstören Nazis Römer Griechen Türken Spanier Wer nicht Und doch haben sie überlebt Alle überdauert Wofür Er sieht die Säule und sagt Warum macht Hashem diese Wunder Wer ist wie du am Israel Ihr tut all dies für Hashem Ihr bringt spezielle Weihrauch Opfer dar die keine andere Nation für Hashem dar bringt Keine andere Nation bringt Hashem Opfer dar Betet zu ihm wie geboten Ist koscher legt Tefillin hält Schabbat und 6.13 mit Zvot oder studiert die Torah wie ihr Keine andere Nation tut dies alles Deshalb wirkt Hashem Wunder für euch Ihr habt geholfen Kiddush Hashem zu machen Wenn die Goyim sehen warum Hashem gute Dinge für am Israel tut ist es Kiddush Hashem Also sehen wir aus diesen drei Dingen warum dieses Weihrauch Opfer so wichtig ist es bringt Segen es heilt und es offenbart Hashems Güte aber dennoch beantwortet es nicht vollständig warum man Kajaf Mita ist wenn man es verdirbt Ich sage wenn es nach Rabbi Nathan und Rabbi Yehuda heißt nicht wenn du kein Weihrauch Opfer darbringst sondern wenn du weniger darbringst als nötig Der Ramban erklärt dass ein Fehler bei der Menge des Weihrauch Opfers gemacht wurde Es muss genau die richtige Menge die korrekte Reihenfolge und absolute Präzision sein wie wir es von Ha Sinai erhalten haben Jedes Detail ist Bedeutung denn so wurde es überliefert Es würde Esht Sarah ein fremdes Feuer ohne Säule Was passiert ohne Rauchsäule Betrachten wir drei Personen Der Erste mit Immuner Problemen wegen Shalom Bayit und Parnassah schaut nach oben und sieht nichts Der Zweite mit ähnlichen Sorgen blickt empor und findet ebenfalls keine Antwort in der Leere des Himmels Keine Säule in Sicht Entmutigt verlässt er das Lager wie der zweite Mann wegen Machloket Er sieht nur Streitende und geht Ein Jude geht verloren statt Kiruf zu erleben Der Dritte Ein Gäu sieht sieht keine Säule denkt falscher Ort geht zurück und sucht weiter Er hofft den richtigen Weg zu finden Die Suche nach Wahrheit und Gemeinschaft dauert an trotz Hindernisse Er fragt warum Hashem Wunder für die Juden macht Er sieht nichts und denkt Was tun sie anders Vielleicht hat Hashem einen Fehler gemacht oder existiert gar nicht Das Ergebnis ist Chilul Hashem eine Entweihung des göttlichen Namens und für Chilul Hashem ist die Halacha eine Todesstrafe Deshalb sagen Rabbi Nathan und Rabbi Yehuda Wenn du eine Zutat verpasst musst du die Konsequenzen verstehen Es ist nicht die Zutat die uns wichtig ist Es ist nicht einmal das Feuer das uns wichtig ist Es sind diese drei Menschen Dass sie ihr Leben ruinieren weil sie die Halacha missachtet haben Sie dachten ihr Baseball Spiel oder ihre Meinung sei wichtiger Sie glaubten es besser zu wissen als Pirkei Avot Verstehen Sie das Verstehen Das ist die tiefe Bedeutung der kleinen Mitzvah Hashem erinnert uns täglich in unserem Gebet daran Jeder liest es doch niemand versteht wirklich Lies es oft auch 50 Mal pro Woche wenn nötig Hashem mahnt uns eindringlich Als Jude musst du ein strahlendes Licht für die Nationen sein Du bist diese unerschütterliche Säule Letztendlich wirst du entweder ein Kiddush Hashem oder ein Chilul Hashem sein Bezrat Hashem Leben wir Adonai Lulam Amen Famen A Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020